Hey Leute, Flo hier. Heute schauen wir uns mal ein sehr erfolgreiches Video von Knopfloch an, in dem er über die Vermessung der Welt fabuliert. Aufgrund der ausufernden Länge des Videos habe ich es auf die relevantesten Aussagen heruntergeschnitten, Wiederholungen entfernt und Teile, in welchen er einfach nur Behauptungen und Spekulationen aufstellt, ohne Belege zu liefern. Zudem musste ich einige Teile des Videomaterials ersetzen, aufgrund des Urheberrechts. Da es in dem Video zu einem großen Teil um Vermessungen geht, habe ich heute einen Gast eingeladen, und zwar einen Vermessungsingenieur, Heimod Plus. Hallo Flo Plus. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was der Herr Knopfloch uns heute erzählt. Okay, dann legen wir mal los. Man weiss heute, wie man eine Weltkarte zu halten hat. Norden ist oben, Süden ist unten, Osten ist rechts und Westen ist links. Wenn man heute vom Norden spricht, dann meint man einen Punkt, in dem der Norden an einem Pol zusammenkommt. Das ist dem heute gebräuchlichen Koordinatensystem eines Globus geschuldet. Norden war in alten Mythologien eine Richtung in eine Region, in ein Gebiet und kein Pol mit einem Mittelpunkt. Das Konzept eines geografischen Nordpols hat die Sagen und Reiche der alten Mythologien zu einem Punkt schrumpfen lassen. Das stimmt so natürlich nicht, wie er das darstellt. Man kann jetzt ja ganz unabhängig von irgendwelchen Koordinatensystemen oder Karten doch feststellen, dass es zumindest am Himmel einen Himmelspol gibt. Eigentlich gibt es ja sogar zwei in der nördlichen und südlichen Richtung, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf den nördlichen Himmelspol. Und das ist ein Punkt am Himmel. Also man sieht, dass sich die Sterne um diesen Punkt zu drehen scheinen. Das kann jeder beobachten. Und wenn man jetzt von diesem Punkt ausgehend, von dem nördlichen Himmelspol, einfach so eine senkrechte nach unten zieht und schaut, wo schneidet die den Horizont, dann ist genau da die Nordrichtung. Also wenn man sich genau unter diesem Punkt befindet, ist man sozusagen am geografischen Nordpol. Und das suggeriert ja, dass es sich dann eben nicht um eine große, ausgedehnte Region handelt, sondern eben tatsächlich um einen Punkt. Genau, Flo. Wenn man das so betrachtet, ist der Nordpol halt ein Punkt. Ganz streng genommen die Rotationsachse der Erde. Und daraus sind die Karten halt gerichtet. Das war aber nicht immer so, wenn man sich überlegt. Es gibt ganz viele Karten aus früherer Zeit, die sind nicht genordet, sondern sie sind nach Osten ausgerichtet, weil es einfach praktisch war, eine Anwendung, dass man guckt, wo geht die Sonne auf und da noch richtig die Karte. Das wissen viele nicht, aber das hat halt alles immer einen Hintergrund, je nachdem wie praktisch das ist. Wenn ich nur auf dem Land unterwegs bin, von A nach B will, gab es Zeiten, wo es sinnvoll war, das nach Osten auszurichten. Nach Norden ausrichten kam es später, besonders in der Schifffahrt, weil man sich halt dann nach den Nordstern oder der nach Norden orientiert hat. Aber ja, nur so, eigentlich ist es willkürlich. Aber das finde ich ja auch interessant, dass man das dann an der Sonne ausgerichtet hat, weil die ja auch nicht immer exakt im Osten aufgeht. Das ist ja tatsächlich nur zu Tag und Nacht gleiche der Fall. Aber gut, wahrscheinlich für die damaligen Anwendungsfälle war das jetzt dann nicht so relevant, wie genau das jetzt ist. Ob das jetzt so ein paar Grad abweicht. Besonders für Landkarten, wenn du nur von einer Stadt zur anderen willst, als, weiß ich nicht, Händler oder so, war das vielleicht auch verliebt, dass man sich nach Osten umguckt und nicht irgendwie guckt, wo könnte Norden sein oder irgendwelche Anhaltspunkte dafür findet. Wie du sagst, es ist einfach eine willkürliche Definition. Eine Kleinigkeit will ich noch anmerken, weil du hattest ja gerade den Polarstern erwähnt. Und ich habe vorhin vom nördlichen Himmelspol gesprochen. Also der Polarstern ist ja quasi ein Stern, der sehr nah an diesem nördlichen Himmelspol liegt. Also so 0,7 Grad Abweichung. Für viele Fälle ist das hinreichend genau. Also man benutzt den Polarstern, weil er näherungsweise mit diesem nördlichen Himmelspol zusammenfällt. So kann man dann eben die Nordrichtung finden, ja. Also ein guter Hinweis. Ansonsten ist vielleicht noch zu erwähnen, wäre unsere Erde ein bisschen anders aufgeteilt, sodass wir in der südlichen Hemisphäre mehr Bevölkerung hätten, historisch gesehen. Dann wäre das vielleicht auch logisch für viele Kartenmaterialien, den Süden nach oben zu ziehen in die Karte. Wäre genauso gut gegangen. Das stimmt, ja. Es ist also auch willkürlich, dass Norden bei einer Karte nach oben zeigt und nicht Süden bei einer Karte nach oben zeigt. Also haben wir schon da zwischen zwei absoluten Richtungen zu den Rotationspolen, die völlig willkürlich sind. Auf heutigen Weltkarten sind die Landmassen verschwunden und auch auf Google Earth existiert kein Land am Nordpol. Es ist nur noch ein Punkt, auf den der Kompass zeigt. Für den Normalmenschen ist es nicht möglich, mit eigenen Mitteln Weltkarten herzustellen oder auch nur die existierenden mittels eigens gemessenen Daten zu überprüfen. Um eine maßstabgetreue Karte zu erstellen, müsste man jeden einzelnen Quadratmeter im rechten Winkel dazu von oben mit relativ kleinem Abstand abscannen, um die wirkliche Größe zu ermitteln. Also hier sieht man, dass Knopfloch irgendwie das nicht ganz versteht. Ich sehe keinen Grund, warum man jeden Punkt auf der Erde im 90-Grad-Winkel aufnehmen muss. Das wirkt so, als wenn man jetzt, er zeigt ja auch Drohnenaufnahmen oder verzerrte Aufnahmen von Google Earth oder ähnlichen Modellen, wo man sieht, dass der Texture-Mapping ein bisschen schief ging. Ja, ist ein sehr komisches Bild, dass er meint, man muss irgendwie mit einer Kamera mit möglichst weiter Brennweite, möglichst senkrecht ein Foto machen, um eine richtige Messung auszuführen. Spricht dafür, dass er es nicht ganz verstanden hat, wie Karten entstehen. Aber wird das de facto nicht sogar auch heute so ähnlich, zumindest gemacht bei den Satellitenmessungen, die da quasi über die Erdoberfläche fliegen und dann mit Radar oder Lasern, also wirklich ganz genau von oben runter das vermessen? Natürlich gibt es eine Vielzahl an Messmethoden, die man verwenden kann. Es gab schon zu früher Zeit, sobald man Satelliten in den Low-Orbit schießen konnte, Ansätze, dass man fotogrammetrische Satelliten hochschickt, die in der Machung von mir aus erstmal Einzelaufnahmen, möglichst senkrecht, um einfach Kartenmaterial zu kriegen oder Bildmaterial. Mittlerweile gibt es auch sehr viel Radar. Das muss aber nicht senkrecht sein. Das ist sogar vom Vorteil, wenn es schräg ist. Fotogrammetriesatelliten, die einfach extrem viele Bilder schießen und die übereinander legen. Und da ist aber eine senkrechte Messung nicht Pflicht. Es gibt auch Satelliten, die einfach mit einem Laserstrahl senkrecht runterschießen und den Laufzeit messen und dadurch Messdaten generieren. Es gibt nämlich eine Vielzahl an Messdaten, aber man muss auch nicht im Satellen im Orbit sein. Man kann normale vermessungstechnische Methoden verwenden, wie jetzt hier in dem Bild, was er hat. Das ist ja einfach ein historisches Bild von einem Vermesser, der weiß gar nicht. Der wendet quasi eine Triangulation an, oder? Ja, was genau das jetzt darstellen soll, ist fraglich. Im Zweifel misst er Richtungen und versucht daraus was zu errechnen. Genau, aber das funktioniert ja prinzipiell. Das funktioniert auf jeden Fall. In der Vermessung, besonders mit der Tachymetrie, messen wir erstmal primär Richtungen. Strecken kamen halt erst viel später. Also zumindest elektro-optische Distanzmessungen, also Messungen, wo man jetzt nicht mit dem Maßband von A nach B läuft, sondern nur einen Knopf drückt und man kriegt die Entfernung. Das gibt es ja erst seit, weiß ich gar nicht, den 70er, 80ern. Davor waren es einfach nur Richtungsmessungen. Und aus den Richtungsmessungen heraus eben andere Messungen ableiten. Genau, also man kann ja die Entfernungen durchaus berechnen, wenn man Richtungen misst und irgendeine bekannte Referenzstrecke hat. Dann läuft es ja letztlich einfach auf Trigonometrie hinaus. Das sieht so aus. Am Ende ist es eigentlich immer einfache Geometrie. Deswegen, also man muss nicht senkrecht über dem Boden sein. In der klassischen Vermessung misst man Punkte, berechnet Punkte und generiert daraus Karten. Wir kommen sicher noch genug auf Karten zu sprechen. Ja, das glaube ich auch. Lass uns doch erstmal weiter schauen. Da der Fokus immer nur ein Punkt ist, sind sogar dann noch Ungenauigkeiten zu erwarten. Eine exakte Messung gibt es nur mit einem Messstab, der horizontal über der Erde liegt. Alles andere ist Rechnerei und da sind Fehlkalkulationen immer möglich. Ja, das finde ich ist ja auch eine interessante Aussage von ihm. Ich habe so den Eindruck, dass er hier irgendwie versucht, Berechnungen zu diskreditieren. Als wäre jetzt so eine berechnete Strecke irgendwie weniger zuverlässig als eine ausgemessene Strecke. Was natürlich Blödsinn ist. Ich meine, klar können immer Fehlkalkulationen auftreten. Sowas kann man aber ja auch minimieren, indem man es einfach nochmal nachrechnet. Das finde ich eine sehr maugwürdige Aussage. Genauso kann man sich ja beim Messen irgendwie vertun und falsch ablesen. Na gut, der Punkt beim Messen sich vertun ist ein valider Punkt, was vielleicht noch interessanter ist. Ich weiß nicht, er zeigt hier so Bilder von klassischen Vermessern und Skizzen dazu. Irgendwie sagt er, man kann nur richtig messen mit einer, also nicht, die Bilder zeigen nur wie eine Messlatte, eine horizontale. Das ist ja völliger Quatsch. Du kannst ja nicht, ich weiß nicht, einen Gliedermaßstab auspacken und den ständig aneinander halten. So funktioniert es ja nicht. Wie gesagt, in der klassischen Vermessung hat man sich zum Beispiel beholfen, indem man eine Standardlatte hat, zum Beispiel Meterbreit, die horizontal steht und mit dem Tarimeter links und rechts die Richtung misst, dadurch an die Differenz nimmt und schon hat man ein schönes gleichständiges Dreieck, wo man die Senkrechte von ausrechnen kann und schon hat man in Katastergenauigkeit in vielen Fällen eine Strecke gerechnet, eine horizontale Strecke. Genau, und die wird wahrscheinlich ja auch sogar wesentlich genauer sein, als das, wie du gesagt hast, als der Meterstab, den man immer aneinander legt. Das kann man sich auch mal irgendwie praktisch vorstellen, wenn man einfach nur mal die Höhe von einem Baum bestimmen will. Das kann man ja auch, kann ja auch jeder machen, indem man sich da hinstellt mit so einem Winkelmessgerät und mal die Baumspitze anpeilt, dann hat man den Winkel, dann hat man eben eine Referenzstrecke, kann Dreieck bilden und dann die Höhe berechnen. Genau, auf die... Diese Höhe wird wahrscheinlich wesentlich zuverlässiger sein, als jemand, der da mit einem Maßband dann hochklettert und versucht hier die Höhe auf diese Art zu messen. Genau, das ist die wesentlich elegantere Lösung, einfach einem Baum eine Höhe zu messen, das ist genau das, was du sagst. Ich kenne die Strecke zum Baum, ich messe den Winkel hoch zur, oder die Richtung hoch zur Krone und kann das wesentlich genauer bestimmen. Dasselbe mit meinem Beispiel mit der Horizontallatte, um eine Schrägdistanz zu berechnen. Und da ist halt die Frage, er sagt, so errechnete Sachen sind Quatsch, aber wo fängt denn Rechnen an? Also mit meinem Beispiel mit dieser 1 Meter Horizontal-Basis-Latte ist die wesentlich elegantere Lösung. Ich habe zwei Richtungsmessungen, ich habe eine Horizontallatte, die hat eine 1 Meter Distanz, der Recht ist Trigonometrie, aber dann rechne ich ja und dann passt das Ergebnis nicht oder wie? Also es ist schwer zu differenzieren, wo jetzt eine Messung bei ihm anfängt und wo Rechnungen, die ja diskreditiert werden von ihm, aufhören. Genau, weil da kann es ja Fehlkalkulationen geben. Kannst du dich auch vertippen im Taschenrechner und deshalb ist dann alles also so ein Blödsinn. Ja, tatsächlich, wie du sagst schon, man weiß ja gar nicht so genau, wo die Grenzen liegen, weil eigentlich müsste man ja theoretisch schon auch bei dem Maßstab, den man anführt, also selbst bei der Erstellung dieses Stabs muss man doch irgendwie ein bisschen rechnen. Ich meine, man könnte jetzt so einen Referenzmeter beispielsweise nehmen und da dann so ein Brett zurechtsägen, aber für die Feineinteilung, wenn man sie zum Beispiel an Zentimetergenauigkeit haben will, dann müsste man ja erst mal diese Länge dann wieder durch 100 teilen und dann im entsprechenden Abstand die Markierungen setzen und vielleicht kann man ja da eine Fehlkalkulation durchführen und dann wäre ja wiederum die Messung ungenau, also so kann man ja nicht wirklich argumentieren. Ja, und dein Argument geht ja schon fast in eine Fehlerbetrachtung, die ich jetzt Knopfloch nicht anrechnen würde. Es ist erst mal sehr willkürlich, warum wir von Berechnungen sind, was Schlimmes oder was Schlechtes redet. Das zeigt eigentlich nur, dass es vielleicht nicht verstanden hat, wo Messungen anfangen und Fehlannahmen vielleicht aufhören oder anfangen. Ja, es ist einfach mal wieder ja, sehr krude, krude Behauptung. Oder wie will man das nennen? Doch, ich finde, das kann man so schon sagen, es erweckt durchaus den Eindruck, als hätte er sich mit der Thematik vielleicht doch nicht so intensiv befasst, wie er es gerne hätte, sagen wir mal so. Und übrigens auch ein gutes Stichwort, das du angesprochen hast, das betrifft ja nicht nur die Vermessung, sondern es ist ja auch so mein Gebiets mit der Astronomie, dass man eigentlich ja auch immer so eine Fehler Betrachtung machen muss. Also man muss immer irgendwie einschätzen können, wie genau sind meine Messinstrumente und dann kann man auch ausrechnen, wie jetzt zum Beispiel so eine mathematische Berechnung von so einem Messfehler beeinflusst wird über eine Fehlerfortpflanzung, sodass man dann eben bei seinem Endergebnis ja, sagen kann, das liegt jetzt so in dem und dem Bereich mit der und der Wahrscheinlichkeit. Ich stimme dir völlig zu. Lass uns mal schauen, was als nächstes kommt. Mhm. Um Punkte auf der Erdoberfläche zu bestimmen, verwendet man heute durchgehend ein Kugelkoordinatensystem. Längen- und Breitengrade sind eine Methode zur Bestimmung von Positionen auf einer Kugel, wobei die allgemeine Regel ist, dass bei einem Globus die horizontalen Linien den Breitengrad und die vertikalen Linien den Längengrad darstellen. Die Koordinaten selbst werden jeweils mit einem Breiten und mit einem Längengrad angegeben. Erst moderne Technik erlaubt es heute, genaue Distanzmessungen auf kürzere Strecken zu machen. Längere Strecken müssen kalkuliert werden, indem man die Distanz zwischen zwei Koordinaten auf einer Erdkugel mit einem bestimmten Radius ausrechnet. Okay, also hier zeigt er jetzt Material über Fotogrammetrie. Das hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen. Vielleicht an der Stelle mal, also was genau ist eigentlich Fotogrammetrie und wozu braucht man das? Ja, Fotogrammetrie ist halt eine Messmethode, die man anwenden kann. Die gibt es auch schon ewig, so ja, solange man schon Fotos machen kann. die Prämisse ist eigentlich in einem Bild hat man ja eine gewisse Verzerrung drin, das ist ja eine Zentralprojektion und eigentlich hat man ja nur zwei Koordinaten, also den x- und y-Wert. Das heißt, in einem Bild ist keine Tiefeninformation. Man kann in einem Bild auch schwer messen, je nachdem, wie genau man sein will durch die Verzerrungen. Nun, wenn man jetzt aber zwei Bilder übereinander legt und die sich überlappen, dann kann man in den Überlappungsbereich Tiefeninformationen quasi herausrechnen. Auf dieselbe Art funktionieren auch menschliche Augen oder Augen generell. Ja. Unsere Tiefenwahrnehmung ist also genau das, Fotogrammetrie. Was er jetzt hier zeigt, sind halt moderne fotogrammetrische Lösungen oft auf Drohnen angebracht oder UAVs oder UAS als richtige Abkürzung. Und die werden halt aktuell sehr gern genutzt bei größeren Bausteinen zur Bauwerksdokumentation, sodass die Drohne halt einmal hoch und runter fliegt relativ viele Bilder macht. Diese Bilder überlappen sich halt alle, zumindest 60 Prozent. Die landen in der Auswertungssoftware und in diesen Überlappungsbereichen werden halt Punktwolken gerechnet. Man braucht noch ein paar Festpunkte, damit die Punktwolke, die rauskommt, am Ende auch den richtigen Maßstab hat. Also Maßstab 1 im Idealfall, dass man, ja, dass eine 1 Meter Strecke halt auch 1 Meter lang ist. Dann wird die Punktwolke vermascht und dann kann man Auswertungen machen wie, da hinten haben wir noch ein paar Halden, wie viel Volumen haben diese Halden, müssen wir noch mehr bestellen an Erde oder müssen wir noch LKWs bestellen, die Erde wegschaffen. Dafür wird Fotogrammetrie viel genutzt. Aber halt, wie erwähnt vorhin auch, Fotogrammetrie gibt es auch im Satellitenbereich, Bauwerksdokumentation, Fassadenaufnahmen. Also Fotogrammetrie ist das Messen in Bildern, das sollte eigentlich reichen als kurzer Einstieg. Was ich vielleicht anmerken will, er behauptet hier ganz steil, erst mit der Fotogrammetrie kann man Strecken auf kürzere Resistanz genau messen. Das würde ich so nicht unterschreiben, weil die Streckenmessung ist jetzt nicht das Steckenpferd von Fotogrammetrie. Kann man vielleicht selber sich mal überlegen, Sachen im Nahbereich kann ich gut die Distanz einschätzen. Wenn was weiter weg ist, wird es schwieriger. Und die Streckenmessung ist halt ein Ergebnis aus vielen Faktoren. Ich würde eher sagen, Streckenmessung im Kleinstbereich wurde halt erst einfacher im modernen Zeitalter mit der EDM-Messung, elektro-optische Distanzmessung. Und das ist in erster Näherung. Okay, also das ist das, was man auch so vom Heimwarten kennt, dass man da irgendwie so wie so eine Art Laserpointer hat und der dann einem angibt, wie weit die Sachen auseinander sind. Viele kennen das selber gar nicht. Im Heimwerker-Bereich gibt es sogenannte Distos, so der gängige Begriff dafür, wie für Taschentechtücher Tempo. Und da drückt man auf den Knopf, sieht einen roten Punkt, drückt den Knopf nochmal und dann wird eine Messung ausgelöst und ganz doof und einfach erklärt, passiert eine Zeitmessung. Also wird ein Lichtimpuls jetzt losgeschickt. Man wartet, bis es wieder zurückkommt, also von der Oberfläche reflektiert wird und wieder zurückkommt. Diese Zeit nimmt man durch zwei und nimmt dann die Lichtgeschwindigkeit und schon hat man eine Strecke gemessen. Und so ein EDM ist heute so auf ein, zwei Millimeter in der Regel genau, wenn nicht besser, je nach Methode, die man anwendet, vielleicht Millimeter. Und das reicht für Baustellen und sowas natürlich völlig aus und man misst eine direkte Strecke, also ein Lichtstrahl von A nach B, die Laufzeit. Das wäre eigentlich der Sprung, den er hier erwähnen hätte können, weil damit lässt sich das einfacher machen. Früher, wie gesagt, hat man das viel über Richtungsmessungen gemacht, da hat man auch genaue Strecken bekommen. Aber mit dem EDM war halt wirklich ein Riesensprung. Aber das macht man doch schon auch heute noch mit diesen Richtungsmessungen. Also sieht man ja auch immer wieder mal, wenn da jetzt irgendwelche Grundstücke da analysiert werden, dass da dann auch mal so Theodoliten oder Tachymeter stehen. Ja, ja, genau. Und vom Messer irgendwelche Latten platzieren und da dann die Richtungen messen. Ja, also im deutschen Bereich sagt man Tachymeter, was eigentlich eine nette Analogie ist, weil früher hießen die halt Theodolite und der Theo. Die haben halt nur Richtungen gemessen. Dann kam halt die EDM-Messung dazu, anfangs recht klobig, aber man konnte halt quasi berührungslos Strecken messen und das wurde irgendwann so schnell, dass zumindest im deutschen Bereich das irgendwann Tachymeter hieß, Tachy im Sinne von Zeit und das Zeit war eigentlich nur weil Zeitersparnis, weil man halt schnell mal eine Strecke messen kann. Und klar, sowas nutzt man heute noch, weil wenn du jetzt dein Grundstück aufgemessen kriegst, dann kommt der immer mit einem Tachymeter im Zweifel und der misst halt Richtungen relativ recht genau und halt Strecken und mit einer Richtung und einer Strecke kann man einen Punkt definieren und das ist recht hilfreich, wenn man zum Beispiel Grundstücksecken bestimmen will. Richtungen und Strecken kombiniert ergeben halt einen Punkt. Ja doch, das klingt sinnvoll, also wenn man einen Referenzpunkt hat noch. Ja. Also quasi einen Ursprung. Ja, das wollen wir nicht zu detailreich werden, aber von den Tachymeter aus eine Richtung und eine Strecke und dann hat man eigentlich alle Tools, die man braucht, um Karten aufzunehmen oder Punkte aufzumessen oder Punkte abzustecken. Also man will vielleicht eine Grundstücksgrenze setzen, dann muss man ja auch gucken, wo muss ich eigentlich hin und dann kann der Tachymeter sagen, in der Richtung und in der Strecke musst du hin, dann stellt man da seinen Spiegel hin, seinen Reflektor und wenn man auf Null kommt, also dass der Tachymeter sagt, ja, das ist die Stelle, dann markiert man den Punkt, das ist das Gegenteil von Bestandsaufmaß oder einen Punkt aufnehmen, ist halt das Abstecken, ja, also am Ende ist es Richtung und Strecken und einen Riesensprung hatte man durch diese EDMs. Herr Kunt, was ich vielleicht noch erwähnen will zu der Fotogrammetrie, das ist ja tatsächlich schon mal was, das ich in dem Video hatte, da hat es mir auch geholfen damals und zwar hatten wir ja mal Aufnahmen vom Mond durch so eine Fotogrammetrie-Software gejagt, also wir hatten da quasi eine Timelapse-Aufnahme von der Liberation, also über einen Monat immer wieder Aufnahmen vom Mond und der zeigt einem ja nicht immer exakt die gleiche Seite, sondern der woppelt so ein bisschen hin und her und daraus konnte dann die Software ja tatsächlich auch in tiefen Informationen beziehen, so eine Punktwolke erstellen und da hatte man dann ja so eine schöne Halbkugel anhand der Aufnahmen. Ja, ich erinnere mich, das war ganz cool. Das, was auch bewiesen hat, dass das Ding halt 3D ist und nicht nur eine Scheibe. Ja, oder ein Hologramm, wie manche Flacherdner behaupten. Oder ein Hologramm. Aber super Beispiel, ich erinnere mich da kaum noch dran, aber ja, das war cool. Und da sieht man auch wie bei dem menschlichen Auge das linke und rechte Auge, da ist nicht viel Unterschied, aber diese leichten Unterschiede, die man da hat, reichen aus, um tiefen Informationen wahrzunehmen. Und genau so funktioniert die Fotogrammetrie auch. Man kann halt Tiefeninformationen rausziehen und halt ganze Modelle erstellen. Ja, also das ist schon fasziniert. Eine Kleinigkeit will ich noch anmerken zu dem, was der Knopfloch vorher noch gesagt hat mit den Breitengraden und den Längengraden, dass die auch halt quasi so willkürlich festgelegt werden. würde ich so nicht ganz unterschreiben, weil die Breitengrade, die sind schon eindeutig vorgegeben, einfach durch den Höhenwinkel des nördlichen Himmelspols zum Beispiel. Also man kann ganz genau sagen, wenn ich jetzt zehn Grad weiter nach Norden gehe, dann wird sich der nördliche Himmelspol zehn Grad höher über dem Horizont befinden. Also das ist wirklich eben vorgegeben. Beim Längengrad sieht es jetzt schon wieder anders aus. Das ist einfach willkürlich. Vielleicht sollte man das auch dazu sagen, Längengrad zeichnet sich dadurch aus, dass es eben ein Großkreis ist, der läuft durch beide Pole. Da kann man quasi einen beliebigen auswählen als Nullmeridian. Da hatte man sich dann historisch geeinigt auf Greenwich in Großbritannien. Aber beim Breitengrad ist das nicht so. Also man könnte jetzt nicht einen beliebigen Breitengrad nehmen und sagen, gut, das ist jetzt der Äquator oder so. Der Äquator ist genau da, wo jetzt der Himmelspol einen Höhenwinkel Null hat, als er auf dem Horizont blickt. Das wollte ich da noch anmarken an der Stelle. Ja, interessant. Lassen wir mal schauen, was uns als nächstes kommt. Die Kadenz, wie der Knopfloch hier uns mit Fakten bombardiert, auf die wir eingehen müssen, ist natürlich relativ hoch. Gut, dass du das zusammengeschnitten hast. Das wäre ja doch ganz schön lange geworden. Schauen wir mal. Dabei gibt es natürlich auch Probleme mit der Vermessung von Gelände, denn auch ein Höhenmesser kann systembedingt nicht die tatsächliche Höhe genau angeben. Alles, was man wirklich messen kann, sind ganz kleine Abschnitte der Erde. Der Rest, mitsamt Weltmeeren, ist mit Hilfe von Koordinaten berechnet, die an verschiedenen Orten auf der Erde anhand der Positionen von Sternbildern und der Sonne bestimmt worden sind. Also da bin ich auch ein bisschen skeptisch, was diese Aussage betrifft. Also meine Frage an dich als Vermessungsingenieur, bestimmt ihr Koordinaten heute immer noch anhand von Sternbildern? Ja, ich messe meine Koordinaten auch nur, wenn der Widdergrad gut steht. Das ist sinnvoll. Nein, das ist natürlich völliger Bullshit. Ich weiß auch nicht, was ein Problem ist, dass irgendwas wird vermessen durch Koordinatendifferenzen und Co. Er scheint irgendwie, ja natürlich, wenn du sagst, ich habe zwei Grundstücksecken gemessen, habe da jetzt Koordinaten und mache jetzt einfach einen normalen Pythagoras, die durch die Delta-Werte die Strecke rechnen, dann komme ich auf die Strecke. Aber dann ist er wieder hier irgendwie durcheinander mit, was ist gemessen, was ist errechnet, das scheint ja bei ihm irgendwie eine Hürde im Kopf zu sein, da irgendwie das zu unterscheiden und beides sieht er irgendwie gut und böse an, das scheint ein echtes Problem für ihn zu sein. Er hüpft ja auch irgendwie so ein bisschen zwischen früherer Zeit und Moderne hin und her. Also ich meine, klar, früher und auch heute kann man zumindest seinen Breitengrad eben über die Höhenwinkel zu Sternbildern beispielsweise bestimmen. Das hatten wir ja gerade eben angesprochen, mit dem Himmelspol und dem Zusammenhang mit dem Höhenwinkel. Also das funktioniert natürlich schon, dass man so seinen Breitengrad bestimmt. Mit dem Lenkgrad sieht es da nochmal ein bisschen anders aus. Aber heutzutage gibt es da ja auch durchaus noch andere Methoden, um Breitengrad genau zu bestimmen, auf die er hier ja überhaupt nicht eingeht. Ja, er bringt die Sachen hier irgendwie völlig durcheinander. Also ein Vermesser wird nicht ein Sextant rausführen und sich den Breitengrad bestimmen. Ein Vermesser wird heutzutage ein GNSS-Gerät rausführen und sich damit Punkte setzen und wenn es noch genauer werden muss, wird er sich im Zweifel über diese Punkte mit einem Tachimeter stellen oder eine Totalstation, um mal den englischen Begriff Total Station verwenden. Okay. Was mir halt auch noch auffällt, dass er Sachen halt wirklich durcheinander bringt. Er bringt Breitengrad, Längengrad rein, er zeigt Fotogrammetrie-Drohnen, die damit jetzt nicht wirklich arbeiten. Irgendwelche Koordinatendifferenzen erscheint sich nicht mit beschäftigt zu haben, in welchem Koordinatensystem, wenn man in welchen Rahmen rechnet. Es zeigt eigentlich, ja, dass es recht wirr ist, was er hier thematisiert. Es ist halt de facto einfach falsch, dass mit Drohnen und Fotogrammetrie jetzt ein großer Sprung gelungen ist. Das machen wir seit 100 Jahren, ich glaube schon seit dem Ersten Weltkrieg machen wir Fotogrammetrie, aber halt von Flugzeugen aus. Also es ist nicht mal neu. Ja, es will. Und schauen wir mal weiter. Selbst heute sind große Gebiete auf den Kontinenten Südamerika, Asien und Australien nicht genau vermessen. Okay, also stimmt das? Kannst du das bestätigen, dass es da quasi noch so weiße Flecken gibt auf den Karten auch in der heutigen Zeit? Ja, also weiße Flecken, wie man sie sich vielleicht vorstellt früher, die gibt es natürlich nicht. Allein durch die Satellitenvermessung ist eigentlich alles, was man so von oben sehen kann. Erstmal so weit vermessen, in welcher Genauigkeit sei mal dahingestellt. Aber man kann sich vorstellen, dass irgendwie der tiefste Urwald oder irgendwelche umwegigen Gelände, wo halt wirklich noch keiner war und auch keiner wirklich jetzt mit einem Laserscanner stand oder so. Die sind halt grob vermessen. Ja, es gibt Gebiete, die sind nur oberflächlich im wahrsten Sinne des Wortes vermessen, fotogrammetrisch oder per Radar. Okay. Aber es gibt so viele weiße Flecken im Sinne von Höhensysteme, wo noch nie wer war oder ähnliches oder ja, im Urwald halt alles unter dem Blätterdickicht gibt es noch Gebiete, wo man gerne kartografieren kann und ein Riesengebiet, was glaube ich auch immer populärer wird, ist halt die ganze Tiefsee-Vermessung. Wir haben so schlechte Karten über die Tiefsee und da ist ja auch sehr viel Interesse da. Das glaube ich, Das ist ja, Vermessung macht man ja nicht auf Spaß, da ist ja immer irgendwo ein Interesse hinter, kommen wir auch bei den ganzen Seekarten sicher noch zu dir und eine gute Seekarte, du findest Rohstoffe, du kannst Dinge besser planen wie Tiefseekabel, Pipelines und Co., da ist viel und auch heutzutage wegen der Vermesse, man könnte ja meinen, hey, warum gibt es denn noch Vermesser, also Deutschland wird ja komplett vermessen sein, ja, ist es, es gibt jetzt keine großen weißen Flecken, große Tunnelsysteme oder Tropenwälder, das haben wir alles nicht, aber wenn du jetzt eine Baustelle aufmachst, die halbwegs groß ist, dann kannst du natürlich gucken, haben wir Daten, auf die wir planen können und dann kommt es halt sehr oft dazu, ja, okay, die sind jetzt aber schon 40 Jahre alt, die Daten, eigentlich wäre es cooler, wenn man sagt, wir vermessen jetzt nochmal den Ist-Zustand, machen darauf die Planung und wenn wir fertig sind, vermessen wir es nochmal, um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu haben, deswegen Vermessung wird immer gebraucht, allein wenn man sich auf Daten oft nicht verlassen kann, weil die einfach alt sind, Sachen haben sich vielleicht doch geändert, das heißt, ja, Daten sammeln bleibt immer Thema. Also da kann man nicht sagen, so ab jetzt ist man fertig, alles erledigt, sondern da gibt es immer was zu tun sozusagen. Ja, es wird nie den Tag geben, wo alle Vermesser auf der Welt sagen, zack, alles aufgemessen, auf Wiedersehen. Genau, gerade auch was du erwähnt hast mit diesen Veränderungen, denke ich mir, spielt ja auch eine große Rolle für viele Anwendungsfälle. Jetzt gerade zum Beispiel bei den Klimawissenschaften wird ja auch immer quasi so ein Monitoring betrieben, dass man immer wieder so Satelliten Aufnahmen macht von Gebieten und schaut, wie sich da jetzt die Vegetation entwickelt oder Waldbrände. Die Stadtentwicklung ist ja auch ein Thema, dass man das dann einfach über einen längeren Zeitraum sieht, wie sich das entwickelt. Das ist ja nichts Statisches. Ja, das ist es halt. Das ist nicht statisch, die Welt verändert sich, Vermessung ist auch nur ein Thema, was meist in andere Fachthemen reinfüttert. Da gibt es so viele Beispiele, was weiß ich, Tagebau, Rückbau, da gibt es so viele Satellitenbilder jährlich, dass man gucken kann, wie entwickelt sich der Tagebau über die Dekaden und wie verläuft der Rückbau. Das habe ich letztens erst gehört, man kann aus den schweren Messungen von den TANEM-Satelliten Rückstüsse ziehen, wie viel Wasser im Erdreich ist und wie sich das über die Dekaden verteilt. Das Thema Monitoring, Daten generieren und die Auswertung daraus ist immer da, das wird auch nie aufhören. Dann finde ich auch gut, dass du das an der Stelle nochmal ansprichst, den Schwerefeldmessungen zum Beispiel. Wir hatten ja vorhin das Beispiel mit ganz normalen Fotos und Laserradar. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Techniken auch und da hält man unterschiedliche Informationen. Zum Beispiel im Infrarot absorbiert Chlorophyll ganz anders als im Optischen und deshalb kann man zum Beispiel mit Infrarot ganz andere Aspekte analysieren. Genauso kann man mit so schwere Feldmessungen andere Aspekte analysieren. Deshalb gibt es ja auch eine Vielzahl an Satelliten mit verschiedensten Instrumenten und einen viel größeren Bereich des elektromagnetischen Spektrums als jetzt nur das Optische. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Die Daten, die ich in der Satellitenfotogrammetrie im Studium so ausgewertet habe, man könnte sagen, eine Kamera hat irgendwie RGB, manchmal, wenn es so exotisch ist, ist noch einen vierten Kanal für was auch immer. Die Satelliten, die ich da so hatte, die haben halt definierte Sensoren für definierte Bereiche des Lichts oder des elektromagnetischen Spektrums und der eine Satellit, wo ich eine Auswertung gemacht habe, hat halt einfach sieben Kanäle und der andere zwölf und aus diesen Daten kann man halt alles mögliche ziehen und Falschfarbenbilder machen und Co. Also es ist nicht im Foto und man hat wie hier ein schönes ansehbares Foto, nein, man hat eigentlich sieben Graustufenbilder oder zwölf Kanäle, halt jeweils Graustufenbilder und aus jeder Graustufe ist eine Messeinheit und daraus kann man Sachen ziehen und ein gutes Beispiel, was du sagst, ist Vegetation. Jede große Stadt oder auch jedes große Bundesland macht zweimal ein Jahr Luftbefliegungen klassisch mit einem Flugzeug und eine der beiden ist halt immer sehr interessant, um zu gucken, wie so der Gesundheitszustand von Wäldern und Vegetation an sich ist und dann wird halt direkt eine Kamera genommen, die im richtigen Spektrum die Daten aufnimmt und daraus lässt sich halt dann viel ableiten für die Forstwirtschaft und ähnliches, wie so der Gesundheitszustand ist. Immer alles sehr interessant. Okay, ja, definitiv interessant, aber ich glaube, was der Knopfloch eigentlich hinaus wollte, waren irgendwie die Küstenlinien oder so, dass da irgendwas ganz grob nicht stimmen wurde dann in den Weltkarten, aber ich denke mal, da kann man schon sagen, dass sie schon recht genau kartografiert und bekannt sind. Ja, das ist ausgeschlossen, also Küstenlinien, alles, was offensichtlich sichtbar ist, ist soweit alles vermessen. Das ist, ja, jetzt wollen wir, glaube ich, nicht weiter anzweifeln. Gut, machen wir weiter. Heute benutzt man Radar- und Lasertechnik, um Landvermessungen durchzuführen. Auf See ist die Sache schon viel schwieriger. Vom Schiff selbst kann ohne Elektronik nicht genau festgestellt werden, wo man ist, wenn man keine festen Anhaltspunkte hat, auf einer nicht genau zu berechnenden Strömung schwimmt und durch Wind und Wetter an genauen Geschwindigkeitsmessungen gehindert wird. Was soll man dazu sagen? Das ist ja eine Bild-Tonschere schlechthin. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil der Herr hier mit den klassischen Sextanten ist nicht so lustig wie die modernen Kollegen hier. Herr Knopfloch sagt, es ist nicht möglich, ohne moderne Elektronik heutzutage die Position sich selbst zu bestimmen. Gleichzeitig zeigt er hier moderne Menschen mit Sextanten, die hier im Bild auch noch auf die Uhr gucken. Ah ja, hier haben wir es nochmal, noch schöner. Also das ist das klassische Bild-Tonschere, was ein Fachbegriff aus Film und Fernsehen ist. Das Bild zeigt genau das Gegenteil von dem, was der Ton erzählt. Genau das ist hier gerade passiert, kann künstlerisch wertvoll sein. Das stimmt, wobei man ja ein bisschen zu seiner Verteidigung ja sagen muss, dass er ja nicht sagt, dass es unmöglich ist, sondern dass es schwierig ist ohne Elektronik, wenn man keine Anhaltspunkte hat und klar, wenn jetzt der Himmel komplett bewölkt ist oder so, dann kannst jetzt mit einem Sextant natürlich schwer irgendwelche Höhenwinkeln. Ich fand es sehr lustig, weil die Betonschere ist groß und man sieht hier die Leute sind anscheinend in der Ausbildung, irgendeine Navy, irgendeine Marine, man sieht hier deren Schiffe, die haben alles mögliche an Technik, also klar GNSS, Radar Onboard, verschiedene Funksysteme, die zu Peilung und Positionierung gelten, aber die haben halt immer noch einen klassischen Kompass an Bord, die haben einen Kreisekompass dabei, die haben sicher immer noch einen Sextanten und auch noch irgendein Brett mit Knoten dran und die müssen das halt auch alles lernen, weil klar, ich habe jetzt sechs Sachen oder so aufgezählt, die alle dieselbe Funktion haben, wo bin ich gerade? Also die können halt alle ausfallen und dann müssen die im Notfall halt das auch hantieren können und das wird B-Roll-Material sein, aus irgendeiner Ahnung, wo er es gefunden hat. Wenn man sieht, heute lernst die Seemänner halt auch noch. Also soweit ich weiß, war sogar an Bord der Space Shuttles noch sechs Tanten. Ja, das ist sehr sinnvoll. Alle Strickereis. Ja genau, was du auch noch erwähnt hast, finde ich auch interessant, der Kreisekompass, der natürlich auch auf Schiffen vorhanden ist, der eben auch eine Möglichkeit bietet, wie man jetzt einen breiten Grad rauskriegt und die Nordrichtung und das Ganze eben auch ohne irgendwelche Anhaltspunkte. Die Geräte, die funktionieren ja im Prinzip über die Trägheit, das ist an einem Gyroskop besonders gelagert und diese Nord suchende Eigenschaft resultiert aus der Drift durch die Erdrotation. Also eigentlich belegt die Existenz dieser Geräte schon die Kugelgestalt der Erde und den Umstand, dass sich die Erde um sich selbst dreht. Und so ein Trägheitsinstrument ist natürlich sehr praktisch, wenn die Sicht schlecht ist oder wenn du dich zum Beispiel in einem U-Boot befindest, weil unter Wasser kannst du jetzt natürlich auch keine Sterne anpeilen und auch mit klassischen magnetischen Kompassen hast du denn da deine Probleme? Ja, Kreisekompasse sind sehr faszinierend. Ich meine meine Doku gesehen zu haben zu einem modernen Tanker oder so auf der Brücke, die haben da halt wirklich zwei Kreisekompasse, die redundant arbeiten, weil die Logik aus der Luftfahrt geht halt auch in der Schifffahrt, am besten die Sachen immer redundant vor Ort zu haben und einen klassischen Kompass noch und ja, der Rest der Technik, GNSS, Radar und Co. Ja, aber wie gesagt, das Lustige ist, man lernt trotzdem halt noch, die alten Wege. Na gut, schauen wir mal weiter. Bei schlechtem Wetter oder Nebel ist die Navigation fast unmöglich. Da bleibt nur noch der Kompass, das Nebelhorn und Matrosen, die mit einem Lot die Seetiefe ausloten. Okay, also ich erwähne es Knopfloch ja auch selber mit diesen redundanten Systemen und dass man halt da durchaus auch auf ältere Techniken dann zurückgreift, wenn andere Maßnahmen, andere Messungen einfach nicht möglich sind. Ich weiß nicht, er springt immer von der Modernen zum Klassischen und ja, Tiefe ausloten ist auch schon wieder eine ganz andere Disziplin. Wir müssen, vielleicht werden wir im späteren Rahmen ja sicher immer unterscheiden, müssen zwischen Tief alias Hochsee unterscheiden und Küstennavigation und Tiefe ausloten machst du halt in der Hochsee halt nicht. Du machst halt eher Knoten messen, das heißt die Geschwindigkeit messen. Ich weiß nicht, er bringt Sachen gerne durcheinander, habe ich immer das Gefühl. Das stelle ich mir auch so in der Praxis dann schwierig vor, wenn du jetzt weiß ich über den Marianengraben segelst und dann anfängst es auszuloten. Da freut sich ja dann doch ein recht langes Seil. Der Käpt'n setzt sich schon im Nacken. Ich möchte endlich die Tiefe zum Grund haben. Gib endlich raus den Wert. Ja, ich habe schon zwei Kilometer Schnur, es kommt einfach nicht. Also es scheint mir nicht sehr sinnvoll. Na gut, schauen wir weiter. Die Navigation zur Zeit vor dem Radar war sehr schwierig und ähnelte eher einem Glücksspiel als genauer Mathematik. Der Breitengrad konnte bereits Jahrhunderte vor dem Längengrad ziemlich exakt bestimmt werden, da die Sonne am Äquator am höchsten steht und der Breitengrad leicht zu messen ist. Das finde ich jetzt also echt verblüffend, weil er damit halt einfach die Kugel belegt. Die Aussage ist völlig richtig. Wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem Himmelspol und dem Höhenwinkel, aber man kann den Breitengrad auch ganz einfach über die Sonne bestimmen. Besonders einfach zur Tag- und Nachtgleiche, wenn die Sonne über dem Äquator im Zenit steht kann man ganz easy seinen Breitengrad bestimmen. Da musst du nur ein Stecken in den Boden rammen, die Schattenlänge messen und dann den Winkel zur Sonne ausrechnen und dann hast du deinen Breitengrad. Aber darauf gehen wir glaube ich dann später noch mal genauer ein. Aber ich fand es jetzt halt irgendwie witzig, dass halt hier eins zu eins ein Kugelbeleg liefert, weil das auf einer flachen Erde eben so nicht funktionieren würde. Ja, ist schon lustig, dass er ja direkt mal die Gestalt der Erde bestätigt in erster Näherung eine Kugel durch das Breitengrad messen. Aber er sagt, dass ja Breitengrad ist leicht zu messen. Ich, leicht ist auch wieder so ein Begriff. Mal ganz kurz, vielleicht können wir später noch mal drauf zurück, aber so, was heißt leicht zu messen? Du hast jemanden, der dafür verantwortlich ist auf Deck, zu sagen, hey, ich muss hier mal den Sonnenhöchststand messen. Aber das machst du ja nicht so, ich messe einmal und gut. Da ist jemand, der wartet halt, bis halbwegs mittags ist und muss halt mehrere Male, was weiß ich, alle zehn Minuten eine Messung ausführen und gucken, wo ist das Höchstausmaß. Und diesen Wert nimmt man dann als hier ist der Höchststand. Daraus leitet man ab, auf welchem Breitengrad man ist. Und die Genauigkeit, ich weiß nicht, ob leicht im Sinne von genau, da muss man überlegen, so ein Sechstand, was bedeutet kurze Genauigkeitsbetrachtung, wenn ich auch nur einen Grad in der Sechstandenmessung falsch liege? Was denke ich mal, das Ding hält man frei Hand, da ist nicht viel Technik dran. Und dann noch die Sonne, man guckt so halb in die Sonne, was nimmst du unterkante Mitte? Sagen wir mal einen Grad, was ein bisschen viel ist, hätte man Ungenauigkeit, dann reden wir auf der Kugel von 111 Kilometer Genauigkeit, also irgendwo im Rahmen von 111 Kilometer befinde ich mich auf einer Linie. Bei einem Grad. ist die Frage, ob man das als genau bezeichnen will. Ja, also ich habe mal gelesen, dass die damaligen Sechstanden schon so auf eine Bogenminute gekommen sind, also so ein Sechzigstel Grad immerhin. Sechzigstel Grad, das hört sich sportlich an. Also ich will das nicht anspfeifen, aber man müsste halt echt gucken, dieses Handwerk der Schiffsnavigation wurde natürlich immer besser. Ich habe auch schon in Doku-Schiffe gesehen, wo komplexere Sachen, als die wir meistens sehen, da sind, die frei hängen und sowas. Aber ja, ich habe selbst auch keine Genauigkeitsbetrachtung gemacht, aber ich kann, nur mal so als Gedanke, was heißt hier eigentlich genau? Genau impliziert für einen Line vielleicht immer so auf einen Meter oder auf ein paar Zentimeter. Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich meine, selbst mit der verblüffend genauen Bogenminute wäre es ja dann schon, lass mich rechnen, so 1,8, 1,9 Kilometer. Also deutlich ungenauer als das, was man jetzt zum Beispiel mit GPS auf dem Handy hinbekommt. Ja, vielleicht jetzt Relation davon Einfrequenz-GNSS, was so das Minimum ist, was so ein Handy oder so hat. da sagt man Pi mal Daumen 7 bis 21 Meter, aktuellere Empfänger schaffen wenige Meter, was schon faszinierend ist und das halt innerhalb von, weiß ich nicht, spätestens 30 Sekunden hat man einfach so eine genaue Position und kann sich zurechtfinden. Das ist schon faszinierend. Ja, auf jeden Fall. Da hätten die Seemänner damals schon geträumt. Das glaube ich. Na ja, jetzt schauen wir mal weiter. Anhand des Sonnenstandes um 12 Uhr mittags und des Datums kann man leicht ausrechnen, auf welchem Breitengrad, wie weit nördlich oder südlich des Äquators man sich befindet. Auf See den exakten Längengrad festzustellen, um zu wissen, wo man sich westlich oder östlich befindet, stellt der Lange ein unlösbares Problem dar, sodass seefahrende Länder Prämien im Wert eines ganzen Kriegsschiffes für eine Lösung aussetzten. Ich würde sagen, das kann man so durchaus stehen lassen. Also, die Bestimmung des Lenkrads war schon ziemlich kompliziert, weil man eben dazu nicht nur seine Lokalzeit exakt bestimmen musste, sondern eben auch die Zeit an einem Referenzstandort, wie zum Beispiel in Greenwich, durch den die der Nullmeridian läuft, dass man da dann eine Zeitdifferenz hat und dann eben anhand dieser Differenz den Längengrad berechnen kann. Und dazu ist halt eben die Voraussetzung eine ziemlich genaue Uhr und das war technisch schon eine sehr große Herausforderung, weil die ja natürlich auch Belastungen ausgesetzt sind bei so einer Seereise. Definitiv und wie er hier selber sagt, Länder setzen Prämien darauf aus. Jetzt könnte man fragen, warum setzen da Länder Prämien darauf aus? So ein Land wie Spanien damals oder Portugal oder Großbritannien, die haben halt extrem profitiert, wenn diese Handelsrouten, die man hatte, sei es in Küstennähe oder halt über den großen Teich hinweg oder sonst wohin, nach Afrika runter, wenn das valider, schneller, zuverlässiger funktioniert, dann hat da jeder dran gewonnen. Das Reich selber, also das Land selber, die einzelnen Händler, also da ist finanzielles Interesse hinter und deswegen ist das nicht verkehrt, wenn er sagt, da gab es riesen Prämien für ganze Kriegschiffe. Ja klar, also das finanzielle Interesse dran war enorm groß auf jeden Fall. Genau, und bei den Uhren, so kurze, also weiß ich, eine Sanduhr, die für einen Tag läuft oder so, das hat man alles hinbekommen, aber wie gesagt, man ist ja Wochen unterwegs und braucht eine Uhr, die halt über Wochen und Monate vielleicht nur ein, zwei Minuten falsch geht und ja, das war schon ein riesen Fortschritt. Ja, auf jeden Fall. Man hatte nur einen Kompass, Sternbilder und Winkelmessgeräte, um die Positionen der Sterne, der Sonne und des Mondes zu messen. Atmosphärische Linseneffekte und Bewegungen des Schiffes erschwerten genaue Positionsbestimmung zusätzlich. Die Ungenauigkeiten waren so eklatant, dass die spanische Armada 1588 auf dem Rückweg Dutzende Schiffe bei Irland verlor. Und die englische Flotte verlor 1707 vier Kriegsschiffe auf einmal an den felsigen Küsten der Insel Skilly vor Südengland aus demselben Grund. Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Es ist natürlich klar, dass da bei der Navigation sehr viele Unsicherheiten mit reinspielen und man jetzt eigentlich nicht erwarten konnte, dass man da wirklich auf dem Meter genau navigiert, weil er hat ja viele mögliche Fehlerquellen aufgezählt. Ja. Jede Größe ist da natürlich mit Unsicherheiten behaftet. Definitiv und ich glaube jeden ist bewusst, dass so Seefahrer so mit Abenteuer zu tun hatte damals, du warst Wochen, Monate weg. Jeder auf dem Schiff musste rechtzeitig seinen Job machen und wenn man einfach irgendwo rauskam an der Küste, die man nicht kannte, dann kann das das Todesurteil sein. Und genau die hat jetzt ein paar Beispiele gebracht, die katastrophal geändert sind, weil man halt einfach nicht wusste, wo man rauskam aus diversen Gründen. Aber ja, es war immer mit Abenteuer verbunden. Ich denke mal, das kennt viele, das ist ja ein übliches Thema für Seefahrer. Schauen wir mal weiter. Erst ab 1773 gab es zuverlässige Uhren, mit denen man eine zurückgelegte Strecke anhand der Zeit und Geschwindigkeit feststellen konnte. Erst dann wusste man, wo man war, wenn man mit dem Kompass die Richtung beibehielt und man den Ausgangspunkt kannte. Naja, also ganz so wie ihr es darstellt, ist es ja nicht, wir haben es ja eben schon erklärt, wie das genau funktioniert hat mit der Lenkradbestimmung und da spielt dann die Geschwindigkeit ja keine Rolle. Wenn man eben seine exakte Uhrzeit kennt und die am Referenzstandort, kann man auf den Lenkrad schießen. Was er da anspricht, das erinnert mehr an die Koppelnavigation, wo du halt quasi deine Richtung hast, deine Geschwindigkeit geht und dir dann ausrechnest, wo du dann gelandet bist letztlich. Ja. In Relation zu einem Referenzpunkt. Man sieht, dass er hier wieder was falsch verstanden hat. Das hat mit den Geschwindigkeiten nichts zu tun. Die Durchschnittsgeschwindigkeit über den Tag, über eine Stunde hinweg, das hat man alles hinbekommen. Aber sich ausrechnen zu können, auf welchen Längengrad man ist, das war ja der Clou. Was er beschreibt, hat man vorher schon mal gemacht. Man hat auch einfach gesagt, wir fahren jetzt nur nach Westen, das heißt, wir halten den breiten Grad. Das gab es ja auch schon. Man hat, wie man es aus Film und Fernsehen kennt, man weiß, man hat den ganzen Tag nach Nordost gefahren und hat durchschnittlich die und die Geschwindigkeit gehabt, weil jemand den Job hatte, permanent mal zu gucken, wie schnell man ist. Und dann ist man mit einem Zirkel auf einer Seekarte unterwegs und zeichnet ein, wo man jetzt ungefähr sein müsste. Das waren alles Techniken vor der Uhr. Jetzt war die Uhr da und das hat er offensichtlich nicht verstanden, wie man jetzt die Uhr verwendet. Das heißt, der Knopfloch als Navigator wäre, glaube ich, tragisch ausgegangen. Ja, also das zu befürchten, ja gut, dass du das auch noch ansprichst. Es gab auch natürlich die Möglichkeit, sein Ziel zu erreichen, ohne jetzt den exakten Längengrad zu kennen. Man ist an der Küste irgendwie entlang gesegelt, bis man halt auf dem richtigen Breitengrad war. Da musste man jetzt nur wissen, muss ich jetzt nach Westen oder nach Osten und dann halt den Breitengrad halten. Das nennt man Breitengrad segeln. Es hat natürlich auch funktioniert, aber es ist natürlich jetzt nicht immer die beste oder die kurzeste Strecke. Aber es gab eben Möglichkeiten. Davon abgesehen, gab es auch übrigens noch andere Methoden, um den Längengrad zu ermitteln. also anhand von astronomischen Beobachtungen, zum Beispiel über den Mond oder gab es auch den Vorschlag über die Jupitermonde. Das war natürlich alles schon relativ aufwendig, auch von der Berechnung her. Man musste dann immer in Tabellen schauen, aber es gab auf jeden Fall eben diese Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall wieder ein Beispiel, dass man es nicht ganz verstanden hat. Aber schauen wir mal weiter. Aber lief eine Uhr nur schon um eine Minute vor oder nach, bedeutete dies, dass man auf der Seekarte schon ein Viertelgrad Abweichung hatte. Am Äquator machen ein Viertelgrad rund 17 Seemeilen aus und das konnte sich höchst gefährlich für Schiffe auswirken. Ja, das mag sein, aber das liegt in der Natur der Sache. Man kriegt hier immer den Eindruck, dass so die Genauigkeitsbetrachtung das da hapert. Wir haben es jetzt schon öfter angesprochen, aber eigentlich hast du halt immer mindestens einen Mann an Bord, der guckt, ob irgendwo Küstennähe ist und sobald Küsten zu sehen sind oder irgendwas anderes als Wasser, dann ist eigentlich Panik am Deck, weil dann heißt es, wo sind wir? Kennen wir die Küste? Hat irgendwer Küstenkarten? Sehen die Küstenlinien hier irgendwie so aus, als ob was kennen? Wenn ja, alles chillig und wenn nicht, dann, ja, geht das Abenteuer los. Vielleicht als Kontext, eine Küste, die du nicht kennst, ist extrem gefährlich. Du weißt nicht, wie tief irgendwo was ist, wo irgendwelche Riffe sind, wo irgendwelche Steine sind, wo Strömungen sind. Das ist, ja, weiß ich nicht, als wenn du verfährst dich und kommst in irgendeiner Gangsterhut raus und kennst dich nicht aus und musst nach dem Weg fragen. So in etwa könnte man das Beispiel machen. Ja, klar, man hat ja keine Ahnung über irgendwelche untiefen Riffe, Strömungen im unbekannten Gebiet. Genau, und hier sein Beispiel können wir vielleicht auch nochmal aufbringen. Sagen wir mal wirklich, der Navigator ist schlecht, die Messungen waren nicht gut, weil schlecht Wetter oder so. Du bist halt wirklich ein Grad oder ein halbes, sagen wir mal ein halbes Grad daneben auf der Hochsee. Dann reden wir halt trotzdem von 50, 60 Kilometern, was je nach Seegang und Geschwindigkeit halt so einen halben Tag, Tag Reise ist und kommst irgendwo an, siehst Küste und ja, dann musst du erstmal gucken, wo du bleibst und stell dir vor, der Typ, der den Job hat, Bescheid zu sagen, dass Küste in Sicht ist, der pennt und du fährst irgendwo auf, dann ist deine Reise halt zu Ende, wahrscheinlich mit dem Tod verbunden. Ja, so war die Realität und das, wie gesagt, das ist der Charme, des Abenteuers bei dem ganzen Spaß. Aber es zeigt halt auch wieder, dass es eigentlich eine völlig utopische Vorstellung ist, dass man da irgendwie wirklich metergenau navigieren konnte, sondern dass da einfach enorme Unsicherheiten drin waren. Das hat er jetzt ja auch selbst eigentlich ja recht schön demonstriert. Das kann man ihm geben, würde ich sagen. Gut, schauen wir mal weiter. Wenn man mit einem Kompass nach Westen segelt, dann ist der Steuermann gezwungen, andauernd den Kurs nach rechts anzupassen, um auf demselben Breitengrad zu bleiben. Nur eine Route genau nach Norden oder genau nach Süden benötigt theoretisch keine Kurskorrekturen. Das kann man auf einer Polarprojektion wie der Gliessenkarte nachvollziehen, wo die Breiten als Kreise dargestellt sind und der Kompass von dort auf den Mittelpunkt nach Norden zeigt. Absoluter Klassiker. Ja, ist natürlich völliger Quatsch, wie er das so darstellt. Zum einen ist der Effekt relativ klein, zumindest in den Breitengraden, in denen man so normalerweise unterwegs ist. Zum anderen entspricht es halt auch einfach so nicht der Wahrheit, wie er sagt. Es geht nicht nur in Nord-Süd-Richtung, sondern zum Beispiel auch am Äquator wäre so eine Korrektur nicht nötig. Und vor allem auf der Südhalbkugel wurde die nicht nach rechts erfolgen, sondern nach links. Das zeigt hier natürlich diese Polarprojektion nicht. Ja, das ist absolut absurd, wie du sagst. In der Realität ist die Korrektur marginal und sie ist komplett konträr auf der Südhalbkugel. Aber ich denke, jeder, der hier zuschaut, für die ist es auch ein Klassiker. Dass es hier alles keinen Sinn ergibt. Gut, die Klassiker muss man ja auch mal wieder ausgraben. Das stimmt. Aber es ist halt die Frage, hat er das jetzt nicht verstanden oder lässt er das bewusst unter den Tisch fallen? Dass auf der Südhalbkugel das nicht funktioniert, oder wie? Ja. Ich weiß es nicht. Mir kommt so so vor, als ob er das jetzt spontan hier so mal droppt, dass man mal wieder einen Klassiker hat. Schauen wir mal weiter. Das Navigieren auf See ist und war eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Himmel ist ja auch eine ganz eigene Karte, auf dem sich Positionen von Küsten und Orten auf der Erde in verschiedenen Sternbildern wiederfinden. Ein längst verlorenes Wissen alter Zeit. Das ist ein Blödsinn. Ja, also ich würde auch sagen, das ist Quatsch, dass sich da irgendwelche Küstenlinien in Sternbildern widerspiegeln. Ja, es ist... Ich meine, vielleicht verwechselt er das irgendwie mit der Tatsache, dass die Höhe der Sternbilder eben vom Breitengrad abhängt, dass es da eine Korrelation gibt. Ich meine, so wurde ja auch historisch erst überhaupt der Breitengrad definiert, dass man entdeckt hat, dass jetzt in Dorf A das Sternbild nur bis zu einer bestimmten Höhe steigt, während es im Dorf B ein bisschen höher steigt. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist da... Vielleicht ist er so draufgekommen. du bist da ein bisschen zu gutmütig, dass sein Punkt hier ist irgendwie verlorenes Wissen und irgendein Sternbild, was soll das sein, Dänemark ist in irgendein Sternbild mit den Orion verbunden, das ist halt absoluter Blödsinn. Der Himmel spiegelt sich nicht in der Topografie, der Erde wieder. Ich denke, da können wir uns alle drauf einigen und er geht halt wieder auf verlorenes Wissen, als wenn wir bei Ancient Aliens wären. Und wenn das Wissen so verloren ist, woher weiß er dann davon? Ja, da muss ich ja auch mal fragen. Woher weiß er, dass das Sternbild des tanzenden Smarties Dänemark ist? Ich verstehe es nicht. Aber ja, muss anscheinend auch rein in so ein Video. Na gut, gucken wir mal. Schauen wir mal weiter. Die Karten aus dem Mittelalter sehen fast so aus wie diejenigen von heute. Dabei erzählt man uns doch immer, wie dunkel, primitiv und rückständig damals alles gewesen sein soll. Na ja, also zumindest eine flache Erde haben sie nicht geglaubt im Mittelalter. Und generell kann man nicht sagen, dass das Mittelalter rückständig war. Es gibt den generellen Ansatz bei Historikern, dass man sagt, wir haben schon ein bisschen stagniert und ein bisschen rückfällig. Andererseits gab es ja Mönche und eigene Forscher. Aber ja, so ein dunkles Zeitalter, als wenn da jetzt irgendwie Wissen verloren gegangen ist, da hat er ein falsches Bild. Die Leute wussten, die Erde ist rund oder eine Kugel oder ja. Es war auf jeden Fall nicht flach in deren Bild. Man muss da auch so ein bisschen aus historischer Sicht ja auch ein bisschen die Region unterscheiden. Ja, es kommt ja noch hinzu, dass viele wahrscheinlich auch eher gar nicht das Mittelalter so benennen können. Ich glaube, jeder Historiker gibt dir eine Stelle, wenn du vom Mittelalter sprichst, dabei sind das, ich weiß es selber nicht, was weiß ich, 300 Jahre oder 400. Aber wo das anfängt und aufhört, ist komplexer, als man denkt. Schaut man sich die Karte an, die der flämische Kartograf Gerhardus Mercator 1569 gezeichnet hat, dann kann man sich das kaum vorstellen. Naja, da muss man dann aber dazu sagen, dass das halt auch schon die Neuzeit ist und nicht mehr das Mittelalter. Das war ja schon nach den Kolumbus-Reisen ein gutes Stück danach. Ja, er zeigt in der Karte, was hat er gesagt, 1500? Ich weiß jetzt nicht mehr. Definitiv Neuzeit und ja, schauen wir mal weiter. Oder die Karte von Hermann Fennrät, 1531, ebenfalls mit eingezeichneter Antarktis. Und dabei wurde die Antarktis angeblich erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Ich weiß nicht, es steht überhaupt schon, dass das 19. Jahrhundert wurde die Antarktis entdeckt und auf seinen Karten sind sie schon drauf? Oder was meint er jetzt, Flo? Ja, also so würde ich das auch verstehen, dass er sagt, jetzt hier hätte man schon viel früher die Antarktis gekannt, obwohl sie ja erst viel später entdeckt wurde. Aber das war damals, ja, war das ja mehr oder weniger Usus, dass man hier dieses Terra Australis in die Karten eingezeichnet hat aus ganz anderen Überlegungen heraus, dass man dachte, da bräuchte es irgendwie so ein Gegengewicht und man einfach davon ausgegangen ist, dass es eben diesen Südkontinent geben muss. Und er suggeriert jetzt hier, dass das jetzt ja sehr genau wäre, aber wenn man sich es mal im Detail anschaut, sieht es jetzt tatsächlich der Antarktis so ähnlich. Das ist doch viel zu groß, wenn du mal schaust, das ist ja viel zu nah an Südafrika und da gibt es ja sogar fast schon so eine Landbrücke zu Südamerika und die Richtung passt auch überhaupt nicht. Ja, es passt hinten und vorne nicht und ich gucke auch so ein bisschen nach Eintragungen hier und sieht hier, wenn das hier Südamerika sein soll, es werden gewisse Ports, Bucht und Co eingetragen und hier ist halt alles weiß, das spricht dafür, dass es reine Annahme ist, weil sonst würde man auch hier Bucht so und so, Bucht irgendeine Anmerkung, hier ist was und wir kennen ja auch andere Kartendarstellungen und hast es ja gerade erklärt, da hat man halt erst von Platzhalter hingepackt und oft ist halt zu erkennen, da sind ja gar keine Attribute dran, das ist, ja, Quatsch, einfach Quatsch. Genau, aber was vielleicht noch erwähnenswert wäre, dass speziell diese Karte auch sehr gern von Leugnern der Klimawissenschaften angeführt wird. Warum denn? Also auch mit der Behauptung, das wäre jetzt hier die Antarktis und die wäre ja eisfrei. Wo sieht man das? Es wird einfach behauptet, dass das ja hier kein Eis zu erkennen wäre und das wäre dann belegt, dass es ja früher auch schon so viel warmer gewesen wäre und man kennt ja die Behauptung und entsprechende Debunkvideos und da kann man ja mal auf ein Video verweisen, das sich da ein bisschen intensiver mit befasst hat und die haben jetzt also anhand dieser Inselgruppen auch festgestellt, dass es hier höchstwahrscheinlich so die Nordküste von Australien war, die hier eingezeichnet war und das würde ja auch gleichzeitig erklären, warum da dann kein Eis war, weil die Nordküste Australiens natürlich nicht Eis bedeckt. Also da haben sie vielleicht, ja, halt einfach von irgendwelchen Leuten, die da mal mit den Schiffen rumgefahren sind und einmal die Küste gesehen haben, grob skizziert haben, hat ja Kartenmaterial erhalten und das dann in seine Vorstellungen von Terra Australis eingebaut. Okay, das klingt alles sehr wild. Ja, aber auf jeden Fall plausibler als eine Darstellung der Küste der Antarktis. Ja, nicht wild, also wild ist für mich dieses, aus dieser Karte zu ziehen, dass da kein Eis ist und wie gesagt, die anderen Punkte sind natürlich auch interessant, dass irgendwer anders, also es muss ja, entweder ist das reine Fantasie oder irgendwer hat mal gesagt, ich bin immer lang getuckert, hier hast du mein Lockbuch. Ja, schauen wir mal weiter. Okay. Bemerkenswert ist vor allem, dass diese Karten sehr akkurate Längen gerade aufweisen und das zu bewerkstelligen war im Mittelalter kaum möglich. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist halt die Frage, wie akkurat sind denn jetzt hier diese Längen gerade? Für mich ist es, er redet nur von der Karte und er ist verwundert, dass jemand im Mittelalter in der Lage war, ein Kurvenling ja also so gerade zu halten, dass die so akkurat sind. Das meine ich gar nicht so witzig, weil ich kann den Herrn Knopf noch sehr schwer einschätzen, aber es kommt mir manchmal so vor, als wenn er das Handwerk, das Zeichnet seiner Karte meint und nicht Landmassen in Bezug auf Längengrad Positionen sich bezieht. Was meinst du? Also Letzteres wird ja auf jeden Fall nicht passen. Haben wir ja vorhin voll schon festgestellt, also wenn es tatsächlich die Antarktis war, dann wäre sie komplett verschoben und verdreht. Also definitiv nicht so akkurat und man kann es nicht oft genug sagen, das war kein Mittelalter, sondern Neuzeit. Definitiv. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, er ist der Meinung, so eine geile Karte mit so geilen Bögen kriegt man heute nur mit Computern hin. Nee, ist nicht der Fall. Ich habe auch Karten oder ja doch Karten gezeichnet in der Ausbildung. Mit genug Zeit und Mühe kriegt man sowas auch händisch hin und was hatten die damals? Zeit. Viel Zeit. Zeit hatten sie, aber natürlich ja auch Instrumente wie Lineale und Zirkel und so weiter. Er sagt ja selber, man sollte die Leute nicht unterschätzen. Ja, und das sagt er zwei Minuten später, er unterschätzt sie. also das ist, weiß ich nicht, in Japan oder bei irgendeinem Kirchenbauer, irgendeine mittelalterliche Kirche, da bewunderst du die Statuen, wie lebensecht die sind. Ja, es gab einen Typen, der hat sein Leben lang nichts anderes gemacht und sein Sohn macht sein Leben lang auch nichts anderes, nur Statuen und dann sehen die halt geil aus und dasselbe in Japan irgendwer macht nur Töpfe und das ist halt sein Leben lang und dann sehen die geil aus und hier dasselbe ein Kartograf, der sein Leben lang das Handwerk der Kartografie studiert, der kriegt es hin, Linien gerade zu zeichnen. Tut mir leid. Ja. Na gut, ein bisschen ausufert geworden. Es scheint so, als ob man damals mehr wusste, als man heute zugeben will. Die Piri-Reiskarte selbst enthält schon viele Rätsel. Es zeigt von oben gesehen die Küste von Amerika und einen Teil der Antarktis mit Landverlauf mit den perspektivischen Verzerrungen in den Randbereichen. Das Land selber ist aber unter meterdicken Eisschichten verborgen und von einem Schiff aus gar nicht zu sehen. Ja, was soll man dazu sagen, das ist auch wieder, also er sagt hier was von perspektivischer Verzerrung am Rand und er spricht dafür, dass er nicht verstanden hat, wie Karten funktionieren. Weil eine perspektivische Verzerrung gibt es bei Karten nicht. Karten sind Karten. Karten sind immer, ja, das, ich will jetzt niemanden verwirren, aber Karten sind eine orthometrische Projektion. Das heißt, jeder Punkt geht senkrecht nach oben. Ein Auge oder eine Kamera ist eine perspektivische Projektion. Da hat man am Rand wirklich Verzerrungen am Bildrand. Also sprich, der Pferd hat Karten nicht verstanden. Was meinst du? Er scheint ja irgendwie anzunehmen, dass so eine Karte wie ein Luftbild ist, aus größerer Höhe aufgenommen. Aber ja, das stimmt natürlich nicht. Ja, genau das ist ja die Fehlannahme. Dann hat man halt Karten nicht verstanden. Eine Karte ist kein Luftbild. In ein Luftbild kann ich keine Maße nehmen. Irgendwo in der Mitte vielleicht, am Rand habe ich Verzerrungen. Und von denen spricht er ja sogar. Er hat die aber offensichtlich, auf die Karte selber gehen wir jetzt nicht ein. Er hat hier eine Karte offensichtlich. Eine Rede von Verzerrungen. Das spricht dafür, dass er nicht versteht, was eine Karte ist. Das ist nicht verstanden. Aber ich meine, auf die Karte könnte man natürlich schon auch ein bisschen eingehen. Die ist ja auch sehr bekannt. Diese Piri-Rees wird es glaube ich ausgesprochen. Also Piri-Rees-Karte, die so mysteriös wäre. Kann man sich aber auch fragen, warum? Also man sieht hier jetzt so die Küste von Westafrika sehr genau. Man sieht hier auch Nordamerika auch relativ genau, teilweise zumindest. Aber das war ja alles nach Kolumbus. Also er hatte da ja schon die Kartografie-Infos überhaupt nichts Mysteriöses. Und je weiter man eben nach Süden geht hier, Südamerika entlang, desto ungenauer wird es halt. Und dann haben wir wieder eben das mit der Antarktis, wie es halt damals üblich war, Terra Australis, irgendwelche Fantasiestrukturen hat man da reingemalt. Ja, okay. Irgendwie war die Karte nicht so bekannt. Aber ja, interessant. Ich kann selber gerade nicht deuten, was die hier darstellt, weil jetzt so viele Fantasie-Sachen drin sind. Ja, lass hier einfach so eine Kuh reinmalen. Why not? Ja. Aber man sieht hier oben schon halt, ne, so die Karibik-Inseln und so, die ja Kolumbus kartografiert hat mit seinem Team. Und es ist also bekannt, dass der Piri Reis diese Information hatte. Also da ist überhaupt nichts Mysteriöses dran. Ja. Schauen wir mal weiter. Seriöse Wissenschaftler meiden diese Karte, denn alles würde auf hochentwickelte Technik hindeuten, die damals nicht vorhanden sein darf. Was? Okay. Also jetzt erinnert das schon so ein bisschen an die Präastronautiker von Däniken. Also welche hochentwickelte Technik denn? Vielleicht, weil er an Luftbilder denken musste und das gab damals keine Luft. Ich weiß es nicht. Das ist, das ist die hochentwickelte Technik, die es damals, ja, ich weiß nicht, was da im Kopf immer ist. Es gab eine alte Zivilisation, die schon voll krass war oder Aliens haben uns geholfen. Knopflochwerk wirkt eher wie so eine Ableitung aus Ancient Aliens. Aber okay. Schauen wir mal weiter. Man datiert die Karte auf 1513, aber sie wurde erst 1929 wiederentdeckt. Passend zur damaligen politischen Situation in der Türkei wurde damit ein türkischer Admiral zum Helden gemacht. Das Rechnen mit Dreiecken, Vierecken, Kugeln und anderen geometrischen Formen kann auch in der offiziellen Geschichtsschreibung nicht verloren gegangen sein, denn die Bauten der Ägypter Sumerer und anderen frühzeitlichen Zivilisationen zeugen überall von fortgeschrittenem Wissen über Geometrie. Ja, wo fangen wir da an? Ich meine, er will das jetzt hier ja irgendwie so darstellen, als wäre das eine voll krasse Erkenntnis, dass die damals ein fortgeschrittenes Wissen über Geometrie hatten, die Grundlagen, wie jetzt, was weiß ich, ein Satz des Pythagoras oder so, war natürlich Ja, aber selbst den muss man ja nicht wissen. Ich glaube, wir könnten mal darauf eingehen, was ihr mit verlorenem Wissen meint und was hier vielleicht ein Missverständnis ist. Egal in welcher Kultur oder Gesellschaftsform, Azteken, was auch immer es alles gab, die ein bisschen vorankamen, auch die Ägypter, man musste nicht die Theorie des Pythagoras wissen. Irgendein Typ, der einen Tisch baut oder ein Haus baut oder so, der hat es auch hinbekommen, einen rechten Winkel zu generieren und sei es mit einer Schnur, mit genug Knoten, dass man drei, vier und fünf hat, dann hat man einen Dreieck mit drei, vier und fünf Seiten und man weiß, die eine Ecke dieses Dreiecks ist ein schöner rechter Winkel. Er hat es vielleicht nicht rechter Winkel genannt, aber ihm war klar, mit einem rechten Winkel kann man eigentlich recht coole Dinge machen, nämlich Sachen gut stacken oder in der Ecke passen oder ähnliches. Dasselbe mit Dreiecken, dasselbe... Das mit den Zahlen, was du gerade angesprochen hast, ist ja quasi ein Spezialfall für den Satz des Pythagoras, also drei, vier, fünf, das Pythagorische Triple, da gibt es ja noch mehrere, aber das ist so das Bekannteste, aber so hat man das hingekriegt damals. Genau, aber ich finde halt, das wird oft irgendwie würde man eine Kultur, würde man eine Kultur, finde ich, macht man schlecht, wenn man sagt, dass solche Grundlagen, die eigentlich nur Handwerk sind, gesagt wird, dass das Wissen, das verloren ging und jetzt neu gefunden werden musste, nein, jeder Handwerker kommt auf dieselben Erkenntnisse, ohne dass er irgendeine Verknüpfung zu anderen Sachen haben muss, es sind so Alltagserkenntnisse. Die Ägypter hatten ja auch schon eine recht gute Näherung für die Kreiszahl Pi, war ja natürlich auch gut zu wissen, wie man jetzt hier zum Beispiel den Kreisumfang zumindest hinreichend genau abschätzen kann, wenn man irgendwas bauen will. Ja, du brauchst ja noch nicht mal ein ordentliches Zahlensystem, um gewisse Sachen zu erreichen, das reichen ja wirklich nur ein paar Seile, ein paar Grundformen, weiß ich, ein Seil, das auf Slack ist und du führst es einfach auf Spannung entlang, schon hast du eine Ellipse, alles Sachen, dass man ohne Großkenntnisse hinkriegt, was er immer so meint mit Errungenschaften unserer Kultur, der meinte, weiß ich nicht, Foyer, Garaus, Euler, die haben ja Sachen rausgefunden, die abstrakter werden, wo man wirklich sagen kann, das klingt doof, da ist eine andere Leistung hinter, das hat wenig mit praktischem Alltag zu tun, mehr mit theoretischer Erkenntnis und sowas kann verloren gehen. Das würde ich auch eher einordnen als fortgeschritteneres Wissen über Mathematik, weil im Prinzip alles, was man so in der Antike so wusste, wurde zum Beispiel ja schön axiomatisch niedergeschrieben von Euclid und wenn man sich das mal anschaut, stellt man fest, okay, das ist halt Schulwissen so bis zur siebten Klasse, aber alles, was dann eben drüber hinausgeht, ja und das sind jetzt eben die Sachen, die du angesprochen hast, Leibniz, Newton, Euler, Gauss und so weiter, die da erst später kamen oder auch wirklich richtig abstrakte mathematische Gebiete aufgetan haben, wie die Differenzialgeometrie oder so, das kam halt erst alle später. Gibt es nicht und sein Beispiel sind ja nur die Bauten, die zu sehen sind und um sowas zu bauen brauchst du eigentlich halten was fest, eigentlich nur Geometrie und logisches Denken und Erfahrung und Zeit, alles war vorhanden, alles hatten die Leute und Manpower, alles vorhanden und dann geht es schon, es ist kein verlorenes Wissen. Verlorenes Wissen wäre wirklich, jemand macht irgendwelche Herleitungen und erfindet was, weiß ich nicht, imaginäre Zahlen, das, da wäre man verwundert, so, wenn man da Dokumente zu findet, aber ja, ja. Geht es aber darum, ein heliozentrisches oder philosophisches Weltbild zu rechtfertigen, dann sind die Griechen die Basis, auf der das ganze Gedankengebäude aufbaut. Der Grieche mit dem Namen Eratosthenes soll den Umfang der Erdkugel herausgefunden haben und gerne wird auch behauptet, er hätte den relativ genauen Abstand zur Sonne berechnet. Da muss ich also ganz massiv widersprechen, er hat den Umfang der Erde ermittelt, aber man behauptet doch, dass er den Abstand zur Sonne berechnet hätte, also, wie denn auch mit den damaligen Mitteln, das stellt er schlicht und ergreifend falsch dar. Ja, definitiv. Na gut, schauen wir mal, was die nächste steile These ist. Da gibt es aber ein Problem. Es gibt keine Möglichkeit, den Erdradius oder den Sonnenabstand direkt zu messen. Man muss rechnen. Und rechnen ist schlecht. Wer rechnet, ist doof. Ja, und wie wir wissen vom Flacherdler Rob Alphanostrum in der Mathematik wirkt auch ein starker satanischer Einfluss. Ich glaube, auf dem Niveau scheint er sich da zu bewegen. Ich meine, er hat ja vorhin schon diesen Ansatz gemacht, so ein bisschen die Mathematik zu diskreditieren. Wenn man es berechnet, dann kann es ja nicht stimmen. was natürlich völliger Blödsinn ist. Und es ist auch nicht eine reine Berechnung, sondern da steckt natürlich auch eine Messung drin bei der Methode von Eratosthenes. Also da wird diese Winkeldifferenz gemessen und es wird der Abstand gemessen zwischen den Beobachtungsstandorten. Und aus diesen Messungen wird dann der Umfang berechnet. Ja, das ist ja das Schwierige. Das haben wir von Anfang an in dem Video, wo fängt Messung an und wo hört Berechnung auf. Und hier haben wir alleine der Skizze sind mindestens drei Messwerte. Und ja, wenn man dann aus den Messwerten was rechnet und das Sinn ergibt und noch die Probe macht und das in anderen Orten ausführt und auf selbe kommt oder das ähnlich selbe dann schwierig. Also dieses Rechnen verteufeln das ist echt ich weiß nicht woher das kommt was daran schlimm sein soll. Rechnen. Na gut. Er muss ja noch irgendwo hier drauf hinaus wollen. Gucken wir mal. Ja. Aber auch da gibt es ein Problem. Um den Erdradius zu berechnen muss man die Distanz zur Sonne wissen und um die Distanz zur Sonne auszurechnen muss man den Erdradius wissen. Ein eigentlich unlösbares Dilemma. Nein. Ja, das ist natürlich auch Quatsch. Man muss eigentlich nur wissen dass die Strahlen der Sonne annähernd parallel auf die Erde treffen. Du musst nicht den exakten Abstand zur Sonne auf dem Kilometer genau kennen für diese Berechnung. Ja, das ist so blödsinnig. Geh mal mit Mühe zurück. Die Korrelation Erdradius und Abstand zur Sonne das scheint ja was nicht verstanden zu haben oder nicht verstehen zu wollen. Ich weiß es nicht wenn ich böse klinge aber unter der so wie ich Erdradius und so ein Experiment verstanden habe ist die einzige Annahme halt dass die Lichtstrahlen annähernd parallel auf die Erde treffen und das ergibt keine Aussage auf die Entfernung der Sonne doch eigentlich schon sie ist sehr weit weg aber sehr weit ist doch ein sehr schwammiger Begriff das stimmt aber eben hinreichend weit klaut man muss hinreichend weit weg das ist ja auch so ein beliebtes Missverständnis dass Leute glauben Eratosthenes wollte jetzt beweisen dass die Erde eine Kugel ist das stimmt aber nicht die Kugelgestalt war damals schon bekannt da denkt man vor allem an Aristoteles aufgrund von Beobachtungen des Erdschattens bei Mondfinsternissen oder das was wir vorhin auch schon hatten mit dem Höhenwinkel zu den Sternbildern es waren Beobachtungen die damals schon gemacht wurden und anhand derer man auf die Kugelgestalt geschlossen hat also er wusste dass die Erde eine Kugel ist aber man wusste eben nicht wie groß sie genau ist und das war jetzt eben die Aufgabe von Eratosthenes diesen Umfang zu ermitteln es gab so viele Alltagserfahrungen und ich finde ein Videospiel das die letzten ich weiß gar nicht schon wieder älter dieses Horizon Zero Dawn da ist man irgendwie in einer Zivilisation die untergegangen ist und es ist alles schon wieder sehr urzeitlich geworden so und dann trifft sie eine AI in einer Höhle von den von der von der damaligen Zivilisation und die AI will ihr irgendwas erzählen und zeigt ihr so ein Globus und Kartenmaterial die AI sagt irgendwie so ja apropos die Erde ist übrigens eine Kugel und dann sagt sie die ja eigentlich so steinzeitlicher Urmensch ist so vom Status ja klar ist das eine Kugel was denkst hä wieso sollte ich meinen das ist eine Ebene das heißt in einem Videospiel wird das ist schon eigentlich ganz klar gezeigt und sehr lustig dass das eigentlich total fies ist zu glauben dass irgendwelche Leute im Mittelalter der Meinung waren die Erde wäre flach das war denen allen klar Kind durch welche Beobachtung hatte die Videospielfigur diesen Schluss gezogen du kannst dir mal gucken ob du den Clip findest aber ich meine sie sagt irgendwie so wie der Mondschatten also wie der Schatten auf dem Mond fällt ist die Logik eigentlich klar dass wir auf einer Kugel sind das ist ihr Beispiel was sie aus der Tasche instantan holt ich glaube das ist recht valide würde ich sagen genau das war ja auch die Beobachtung und die Begründung von Aristoteles die eben Eratosthenes auch kannte und da war das quasi schon klar dass die Erde eine Kugel genau und wenn man das weiß ist es natürlich schon mal sehr interessant die Frage wie groß ist denn diese Kugel sich dann Gedanken zu machen wie man das errechnen oder messen kann es liegt auf der Hand aber natürlich schon auch eine Leistung für die damalige Zeit klar klar na gut schauen wir weiter auf einer flachen Ebene kann man den Abstand zur Sonne ausrechnen indem man sie mit den Methoden eines weiteren Griechen namens Aristarch trianguliert okay klar das könnte man machen vielleicht könnt ihr mal ein Stückchen zurückgehen wo man diese Skizze sieht die hier genau also das wäre jetzt ja hier die Darstellung dieses Versuchs auf der Fläche und ja man könnte diesen Versuch auch interpretieren mit einer Fläche im Hintergrund wenn man nur zwei Beobachtungsstandorte hat dann könnte man so wie er sagt die Sonne triangulieren das wäre möglich wenn man eben nur zwei Punkte hat aber sobald man jetzt einen dritten Punkt hinzunimmt wird die Sache schon schwieriger da wäre dann die Sonne an der anderen Stelle und an dem Punkt kann ich ja mal auf diesen eigenen Versuch verweisen die wir mal zusammen mit der Community durchgeführt haben Hattest du da nicht eigentlich ein Experiment mit schönen Animationen das da dazu passt Ja genau da haben wir im Prinzip eine Variation dieses Versuchs von Eratosthenes durchgeführt da haben also fast 40 Leute an verschiedenen Standorten diesen Winkel zur Sonne gemessen während der Tag und Nacht gleiche mit einfachen Mitteln mit einem Stab und einem Schatten und dann hat man sich eben mal angeschaut wie hängt das jetzt so mit dem Breitengrad zusammen da haben festgestellt man kriegt eine wunderbare Ursprungsgerade raus wenn man das jetzt vergleicht mit der Vorhersage auf dem Flacherdmodell haut es überhaupt nicht hin egal was man jetzt als Höhe für die Sonne ansetzt der Verlauf entspricht einfach nicht so nur Ursprungsgeraden wenn man dann mal diese Richtungen die aus den Messungen folgen einfach mal so grafisch darstellt dann sieht man ja schön wenn man jetzt ja nur zwei Strecken nehmen wurde die würden sich immer so in einem Punkt schneiden das wäre die Sonnenhöhe aber die schneiden sich halt immer an anderen Punkten und damit ist es diese Annahme falsifiziert nämlich die Annahme einer flachen Erde es entspricht einfach nicht den Beobachtungen wenn man sich jetzt aber das Ganze auf einer Kugel anschaut kommt genau das raus was man eben erwartet bei einer weit entfernten Sonne mit den annähernd parallelen strahlen und sieht dass es halt eben nur auf nur Kugel hinhauen kann dieses auf zwei Punkten haut es noch hin aber sobald mehr Beobachtungen hinzukommen es ist egal wie man es setzt diese Schnittpunkte ergeben keinen Sinn mehr das ist schon sehr beeindruckend also ein schöneres Beispiel für einen Kugelbeweis und auch so schön nachmachbar gibt es eigentlich kaum so klar ich habe Spielereien mit Vermessungsinstrumenten aber da ist die Machbarkeit für eine Nortonormalo halt schwierig deswegen ist es eigentlich sehr sympathisch was du da in dem Video hast aber ja man kann es mit einfachen Mitteln machen und man kann sich jetzt ja auch mal überlegen man hat jetzt mit dem Versuch ja bewiesen wirklich bewiesen dass dieser Winkel zur Sonne dem Breitengrad entspricht zu Tag und Nacht gleiche und damit kann man auch ganz einfach den Versuch von Eratosthenes hier mal nachstellen da geht man einfach hier auf Google Earth und schaut sich an wie groß ist denn die Strecke zwischen zwei Breitengraden und dann ist ja ein einfacher Dreisatz weil man weiß okay ein Grad entspricht dieser Strecke wie viel entsprechen dann 360 Grad und dann kommt man eben auf diesen Erdumfang von rund 40.000 Kilometer beziehungsweise auf den Radius von 6.371 Kilometer also das kann jeder nachmachen auch in der heutigen Zeit ein schönes Beispiel was aber kein Totschlagargument ist wie dein Beispiel finde ich eigentlich immer dieses hatte ich auch erst in irgendeiner Serie dass Leute auf dem Boden sind in dem Fall war es halt mit einem Heißluftballon die Sonne geht unter und dann sagt der eine oder ein Logonist ähnliches Szenario dass da so Menschen sind aus einer Zeit die man so dann als Steinzeitmenschen bezeichnen könnte und dann sagt er zu einem dieser Steinzeitmenschen und es müsste mein Steig ein in meinen Heißluftballon die Sonne ging gerade unter wir steigen jetzt einfach mal 100 Meter höher und dann haben wir gleich nochmal einen Sonnenuntergang und das fand ich sehr sympathisch in der Serie da explodiert ihm fast der Kopf weil diese Erkenntnis ist natürlich da hä ich sehe die Sonne ja wieder die sehe wieder einen Sonnenuntergang das war bei Dr. Stone richtig richtig du bist drauf gekommen kann ich mich auch erinnern an die Szene ja und ich wurde ich wurde das durchaus auch als Totschlag Argumente in dem Sinn bezeichnen also schon ein klarer Kugelbeleg der zeigt dass sich eben der Horizont mit der Höhe absenkt das kann man ja auch beobachten so in der Natur selbst ohne Heißluftballon wenn man sich Berge anschaut so beim Sonnenuntergang dass der Schatten dann quasi die Berge hochkriecht und nur noch die Gipfel leuchten das heißt auf dem Gipfel oben ist die Sonne noch zu sehen aber unten auf Meereshöhe ist halt schon untergegangen aber der Horizont liegt halt auf der Bergspitze ein bisschen tiefer aufgrund der Kugelgestalten deshalb ist die Sonne noch zu sehen oder das Beispiel mit dem Burj Khalifa also diesen extrem hohen Turm in Dubai wo man quasi die Sonne untergehend sehen kann auf dem Boden und dann schnell mit dem Fahrstuhl hochfährt und dann sieht man noch ein paar Strahlen ja also da gibt es sicher Flacherder die irgendwelche Argumente finden warum das auch in deren Weltbild passt aber es ist ein super Beweis der in Richtung Globus geht also mir wäre jetzt noch der einfacher in den Globus erklärbar ist als in irgendeinem Flacherdmodell das stimmt ja und das kann man auch mit Drohnen übrigens sehr leicht zeigen ja noch viel einfacher heute stimmt da hat der Wolfi 6020 extra mal so eine mit so einer Drohnen Strand besucht da sieht man also wunderbar wie die Sonne denn wieder sichtbar wird ja ganz echt viele Sonnenuntergänge pro Tag haben ja gut dann schauen wir mal weiter was die nächste Steinebehauptung ist auf der ganzen Ebene kann man den Abstand zur Sonne ausrechnen indem man sie mit den Methoden eines weiteren Griechen namens Aristarch trianguliert Aristarch seinerseits ging davon aus dass der Halbmond im rechten Winkel zur Sonne steht und die Sonne selbst sehr weit weg sein muss er hat die Distanz zur Sonne rein rechnerisch mit einem auf Experimenten beruhenden Winkel gelöst diese Schätzung war aber nach heutiger Standardwissenschaft grundlegend falsch ja also die Berechnung an sich war nicht falsch also die Überlegung ist ja schon gut dass man jetzt wenn man Halbmond beobachtet dass dann eben gerade Sonne Erde und Mond in den Ecken eines rechtwinkligen Dreiecks liegen und man dann wenn man ja ist schon recht clever genau den Abstand zwischen Mond und Erde kennen würde könnte man dann den Abstand zur Sonne bestimmen wenn man diesen Winkel Epsilon hier in der Skizze messen könnte aber da liegt dann halt eben das Problem weil eben die Sonne so weit weg ist dass dieser Winkel Epsilon sehr nah bei 90 Grad und das ist natürlich wahnsinnig schwierig das präzise zu messen gerade mit den damaligen Mitteln ich muss dich korrigieren du hast ein paar Messer hier in der Sendung sind natürlich keine annähernd 90 Grad sondern annähernd 100 GON wir müssen ja die richtigen Einheiten hier verwenden ok verwendet ihr da andere Einheiten ach das wusstest du nicht ne ja in der Vermessung nutzen wir GON also G-O-N und 100 GON ist ein rechter Winkel das hat sich historisch ergeben dadurch dass wir so viel mit Winkeln arbeiten hat man die und auch ein bisschen aus der Zeit wo die Franzosen recht prominent waren im Wissenschaftsgame die wollten ja viele Einheiten vereinfachen und da war GON so ein Nebenprodukt und die Vermessung hat es dankend angenommen und nutzt es auch bis heute und das macht halt vieles einfacher mit 100 zu rechnen in meinen rechten Winkel statt mit 90 du bist jetzt eher Physiker Astrophysik oder sowas du wirst dann bei Radiant oder so bleiben das ist aber weniger praxistauglich ok aber aber wir sind uns einig in dem Fall dass halt einfach dieser Winkel den man übrigens Elongation nennt also es gibt auch einen Fachbegriff für diesen Winkel was auch ganz interessant ist zu wissen wie der auch zu den Planeten und so steht dieser Winkel die Elongation und dann gibt es noch den Phasenwinkel aber ja es wäre auf jeden Fall eine sehr elegante Methode die dann aber in der Praxis leider ja scheitern musste anhand der geforderten Genauigkeit heute sieht die Sache natürlich wieder anders aus wenn wir jetzt hier mit präzisen Teleskopen und so das vermischen aber Aristarch konnte ja daraus trotzdem eine Erkenntnis ziehen egal welche Annahme man trifft wie weit der Mond weg ist egal welchen Wert er hier so einsetzt alles was reasonable ist und der hier die Winkelrichtung Winkelmessung die Richtungsfessung macht mit Epsilon merkt das ist annähernd ein rechter Winkel dann ist ihnen eigentlich relativ schnell klar die Sonne muss scheiße weit weg sein und das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis eine gute Erkenntnis sie ist sehr weit weg das kann man auf jeden Fall sagen das finde ich eigentlich verblüffend dass im Prinzip damals schon die Zutaten da waren für ein heliozentrisches Weltbild weil man konnte dann schon davon ausgehen dass die Sonne eben auch größer ist als die Erde ja wenn sie so weit weg ist und trotzdem so groß ist das die nächste Annahme also die größte die augenscheinliche Größe am Himmel genau ich meine Aristarch hat zumindest auch schon den Versuch unternommen anhand von der Mondfinsternis den Durchmesser der Erde abzuschätzen in ja in Relation zum Mond ja okay also er konnte ungefähr ganz grob sagen der Durchmesser der Erde entspricht so und so viel Monddurchmessern also das war immerhin schon möglich ja und Karl konnte ihm zeigen dass die Sonne auf jeden Fall ziemlich weit weg sein muss aber ob da jetzt Erathostenes tatsächlich irgendwie Bezug auf diese Ergebnisse genommen hat darüber ja kann man glaube ich nur spekulieren gut möglich dass Erathostenes auch auf andere Weise geschlossen hat dass die Sonne eben weiter weg sein muss ja wir wissen es nicht aber es ist erstmal eine Annahme da macht man Experiment und daraus kann man ja gucken ob die Annahme valide ist oder sich ausschließt weil jetzt kommen wir eigentlich in Experimentsauswertung das wird ein bisschen viel schauen wir mal weiter Erathostenes Erathostenes Methode zur selben Zeit an weit entfernten Orten den Einfallswinkel der Sonnenstrahlen zu messen hätte auch Aristarch einfallen können eine Triangulation der Sonne ergibt so rund 5000 Kilometer auf einer flachen Ebene ohne Krümmung jetzt wurden wir besiegt nein genau das hat man ja eben dass es eben nicht funktioniert mit der Triangulation weil man dann immer andere Ergebnisse bekommt jetzt ja hier auch der eigene Versuch gezeigt hat wenn man sich hier die ganzen Sichtlinien anschaut die Sonne wäre dann irgendwie immer an einer anderen Stelle aber man muss das ergibt halt keinen Sinn man muss aber auch sagen es ist auch erstmal fies unter der Annahme einer Ebene kann man einmalig diese Messung machen und kommt auf zum Beispiel 5000 Kilometer oder Meter Kilometer Kilometer aber wenn man dann was ja jeder ordentliche nicht nur Vermesser auch Wissenschaftler macht wenn man das einfach an verschiedenen Tageszeiten mehrfach eine Messung wiederholt Überbestimmung nennen wir das in der Vermessung dann kommt der Quatsch raus und das sieht man in den Graphen den du da hattest wunderbar die Linien schneiden sich nirgendwo mehr das ist halt absoluter Blödsinn und was ich da auch noch gezeigt habe dann bei dem Versuch ich habe mal versucht das Flacherdmodell an die Daten zu fitten also ich habe geschaut bei welcher Sonnenhöhe beschreibt jetzt das Flacherdmodell die Beobachtungen am besten aber man sieht dass selbst in diesem besten Fall der Verlauf überhaupt nicht hinhaut im Gegensatz zur Erwartung der Kugel also zu seiner Behauptung mit der Triangulation hier das kann sich auch wirklich jeder überlegen ohne irgendwie einen Versuch durchgeführt zu haben dass es halt Blödsinn sein muss wenn jetzt beobachtet wird dass die Sonne untergeht also schon gerade so am Horizont was hat man dann für einen Höhenwinkel 0 Grad jetzt gibt es dann dann aber irgendwo sinnvoll ist ja du holst auch die Edge Cases hier raus nein aber ich meine das ist einfach so eine Überlegung das kann sich doch auch mal jeder Flacherdler kann sich doch mal auch diese Frage stellen wie soll das funktionieren es haut einfach nicht hin ja ich weiß nicht ich mach mal den den Anwalt des Teufels du kommst halt nie auf 0 Grad wenn du auf den Horizont guckst du hast halt immer ein bisschen ein bisschen Pluswert dadurch kommst du vielleicht trotzdem auf den Schnitt ach ich weiß das doch auch nicht na gut aber was wenn die Sonne gerade untergegangen ist dann kommst du sogar auf negative Werte jetzt muss ich gucken welches Flacherdmodell ich verteidige weil sie geht ja nicht unter sie ist ja nur so weit weg dass der Lichtkegel mich nicht erreicht na gut aber es ergibt alles keinen Sinn eigentlich dürfte ich nie ansatzweise 0 erreichen weil es ja flach ist und sie auf 5 Kilometer Höhe ist ja eben 5000 Kilometer 5000 Kilometer Höhe ist sie wäre natürlich immer sichtbar sie wäre immer sichtbar und ich würde immer einen positiven Wert kriegen aber sie ist ja nicht sichtbar weil sie ja einen Sonnenschirm hat aber das fand ich war jetzt ein guter Einwand von dir den man natürlich erwarten würde von einem Flacherdler aber dann kann man natürlich fragen ja wie funktioniert dann überhaupt die Triangulation der Sonne wenn man Höhenwinkel auf diese Art nicht messen kann und das impliziert ja diese Behauptung wie kommt man dann jetzt auf diese 5000 Kilometer weil dann da wäre ja jede Höhenwinkelmessung Blödsinn ich wollte auch nur eine Minute lang Anwalt des Teufels sein weil es ist keine gute Position vor Gericht ja das stimmt ja schauen wir mal weiter man sagt Eratosthenes hat aufgrund von Aristarchs Berechnungen angenommen dass die Sonnenstrahlen parallel einfallen weil die Sonne weit weit weg sein soll wer dieses Bild hier anschaut und jeder hat das schon einmal gesehen darf sich fragen wie man nur darauf kommt dass die Sonnenstrahlen parallel auf der Erde eintreffen das ist natürlich auch wieder ein Klassiker wo man eigentlich nur schmunzeln kann weil die Flacherdler so oft die Perspektive an falschen Stellen anführen für irgendwelche Pseudoerklärungen und beim einzigen Phänomen wo es halt einfach wirklich die Perspektive ist wird die komplett ignoriert also natürlich erscheinen die Strahlen hier nicht gerade weil sie auf einen Fluchtpunkt zulaufen jetzt nach seiner Logik würden auch parallele Bahnschienen nicht parallel sein weil hier auf dem Foto erscheinen ja die Linien geknickt also es ist einfach ein perspektivischer Effekt stürzende Linien kann jeder beobachten vielleicht wenn jemand so ein bisschen meine Vermesserdenke hat das ist ein Foto mit einer Zentralprojektion das heißt ich habe hier wirklich perspektivische Effekte Verzerrungen etc. wenn ich jetzt ein Foto nehme man kann ein Foto von der Fassade machen und es umrechnen in ein orthometrisches Foto das heißt das Bild wird so entzerrt dass man da in diesem Bild Sachen messen kann also wirklich dass es rechtwinklig ist eine orthometrische Projektion würde ich das hier machen würde man sehen dass die Strahlen alle parallel sind ja um bei den Schienenbild zu bleiben wenn ich jetzt ein Bild mache von einer Schiene die in den Horizont läuft das Bild ist das Ausgangsbild ist eine Zentralprojektion und man sieht die beiden Schienen laufen in einem Punkt in der Unendlichkeit zusammen wenn ich daraus ein Autofoto mache würde ich einfach nur die zwei Schienen sehen wahrscheinlich nur im Profil die gerade und paar also die der Abstand zwischen den Schienen ist immer da das ist quasi im CAD-Programm ist das oft auch eine Einstellungssache du kannst einstellen möchte ich mein Objekt was ich hier dreidimensional bearbeite perspektivisch um die Achse drehen so wie es mein Auge gewohnt ist oder möchte ich eine orthometrische Darstellung die orthometrische Darstellung ist meist cooler wenn man irgendwelche Sachen ausrichten möchte weil man dann halt nicht diese Fluchteffekte hat aber wenn man dann mit arbeitet wirkt das alles erstmal ein bisschen an Kenny weil es halt weil wir es nicht gewohnt sind wir haben halt unser Auge funktioniert wie eine Kamera das ist eine Zentralprojektion um mal so in die Richtung zu gehen falls man dieses Perspektivbeispiel nicht immer so ganz versteht also ich jetzt vermesse wenn man daraus ein Autofoto macht was wir gerade sehen würden die Linien alle parallel laufen könnte man ja auch schön zeigen mit so einem CAD-Programm dass man da jetzt irgendwelche parallelen Stangen nimmt die dann in der orthometrischen Projektion eben auch tatsächlich parallel erscheinen aber wenn man dann die perspektivische Darstellung nimmt erhält man je nach Standort halt ein ganz ähnliches Bild wie hier mit den Sonnenstrahlen ja definitiv das vielleicht mal ein ganz anderer Ansatz um dieses Problem vielleicht mal weil wir bringen immer das eine Beispiel und jetzt mal die technische andere Denke mit Autofoto vielleicht hilft es jemandem falls man das noch nie so ganz durchdrungen hatte dieses Beispiel hier weil es sieht ja schon sehr faszinierend aus mit diesen Strahlen die sich so durchradial den Weg bahnen das ist ja ein cooles Bild aber genau das nennt man Strahlenbüschel ja machen wir mal weiter davor würde ich gerne noch darauf eingehen dass er behauptet er hätte irgendwie von Aristarch diese Annahme übernommen mit der weit entfernten Sonne und darüber kann man jetzt eigentlich halt auch nur spekulieren im Prinzip kann Eratosthenes ja eben schon durch seine bereits vorhandene Annahme einer kugelformigen Erde letztendlich auf eine sehr weit entfernte Sonne und parallele Strahlen schließen weil nur so ergibt sein Versuch Sinn mit den Winkeln aber vielleicht hat es da auch andere Möglichkeiten gegeben wie jetzt in dem Versuch von Aristarch mit den Halbmond und den 90 Grad das kann ja auch heutzutage jeder leicht nachprüfen wenn es jetzt so einen Tagmond gibt da hätte ich auch mal einen Short zugemacht dass man dann einfach einen Ball nimmt und den Richtung Mond hält und dann stellt man fest okay der Ball der hat ja die gleiche Phase wie der Mond man muss korrekterweise sagen näherungsweise die gleiche Phase es gibt einen minimalen Unterschied der gerade auch mit diesem Winkel Epsilon zusammenhängt die wir da in der anderen Skizze gesehen haben aber das vernachlässigbar gering für den Fall man sieht die Phase ist hinreichend ähnlich und da kann man ja schussvolle selbst wenn man jetzt wie die Flacherdler so eine Triangulation durchführt davon ausgeht dass die Sonne was weiß ich 5000 Kilometer selbst wenn sie nur 1000 Kilometer hoch wäre selbst dann kann man auf annähernd parallele Strahlen schließen wenn die Phase gleich ist zwischen dem Mond den wir im Himmel beobachten und der Kugel die ich in der Hand halte das ist auch die einzig logische Erklärung dass dann die Strahlen eben annähernd parallel sein müssen weil wir ja sonst einen enormen Unterschied in der simulierten Phase und der beobachteten Mondphase hätten das ist auch ein nettes Gedankenexperiment oder richtiges Experiment ja ist ja sehr leicht durchzuführen das wäre auch was das zumindest theoretisch im Möglichkeitsraum von Eratosthenes gewesen wäre aber ja da kann man nur spekulieren auf jeden Fall hätte es durchaus Möglichkeiten gegeben auf die Parallel oder die annähernde Parallelität der Strahlen zu schließen sag mal so oh jetzt haben wir doch sehr viel geredet ich glaube jetzt machen wir mal einen Cut na gut und mit dem Rest geht es dann weiter im zweiten Teil ja dann hoffe ich dass euch das Video soweit gefallen hat falls ja würde ich mich über ein Like oder gar ein Abo freuen vielen Dank auch an meine Kanalmitglieder und Patreons wenn ihr den Kanal ebenfalls unterstützen wollt findet ihr Links in der Beschreibung vielen Dank also macht's gut abonniert Flo Plus Leute abonnieren 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 bis zum nächsten Mal tak n